Wollen wir? Lass uns mal hier ein bisschen zocken. Nebenbei. Hä? Ups, falsches Chat. Ich wollte gerade sagen. Das passt doch irgendwie. Den Kommentar konnte ich gerade nicht zuordnen. An Ego-Type. Hallo Lilly. Ebenso, guten Abend. Wasser wurde abgestellt. Fantastisch. Traumhafter Tag. Geht gut los. Lass mal ganz kurz hier reingucken. Weiß nämlich nicht... Okay. Aber wir haben noch drei Tage Zeit, bis The Dude kommt. Und ich hab Hunger. Wie konnte man denn hier mit P? Konnte man Pause machen? Ich muss erst mal wieder ins Spiel reinkommen. Ich hab heute nach... Ich hab heute mal ein bisschen Bannerlord gespielt. Muss ich erst mal wieder zum Laufen bringen. Aber ich hab heute ein bisschen Bannerlord gespielt. Mal geguckt, was da so alles passiert ist. Seit ich's nicht mehr gespielt hab. War schon irgendwie cool. Jetzt erst mal mal hier noch so ein. War schon irgendwie geil. War eben in der Küche plötzlich mit dem Schauer über den Nacken gelaufen. Morgen nur ein Stream. Ja, das ist richtig, Joker. Morgen nur ein Stream. Nur abends. Hi, Chaos, Benni. Hallo, Wolf. Einen wunderschönen guten Tag. So, ich wollte auf jeden Fall mal noch ein paar mehr Eimer bauen. Vor allem, wenn die jetzt drei Tage lang das Wasser abstellen, ist das fatal, ehrlich gesagt. Die Säcke. Was fällt ihnen ein? Eimer. Und die kosten ja nicht so viel. So. Weil ich morgen jemandem helfen muss, Corbett. Aber das Spiel ist zu teuer. Mountain Blade, äh, zwei Bannerlord. Ja, ja, genau. Holy Square. Grandiöses Spiel. Grandiöses Spiel. Paus, Benni, danke für den Forderungen. Absolut geniales Spiel, einfach. Das geht jetzt wieder nicht, weil Pause ist. Was er das so hier hat. Und dann muss ich dann immer nur dran denken, dass ich die wegräume. wenn The Dude kommt. So, aber so kriegen wir jetzt wenigstens trotzdem Wasser. Apropos Wasser. Da unten ist Wassermangel. Abend, Wollen. Hallöchen. Im Raupe-Life, oder? Genau. Ganz genau. Man kennt's. Im Raupe-Life. Ich brauch mehr. immer. Ich seh' gerade. Brauchen wir so ernten erstmal. Und dann müssen wir jetzt immer dran denken, dass wir, ähm, die blöden Guarana-Pflanzen brauchen. Das heißt, ich muss jetzt schön regelmäßig in den Wald gehen und die abernten. Und die abernten, neben meinen eigenen. Damit das alles passt. Die Guarana nicht ready. Sieht aber fast ready aus. Jetzt mal am Ernst. Ich wette, ich geh jetzt hoch und dann ist die gleich fertig. ich lasse das. Mach das, Herr Kekstieb, viel Spaß. Ist noch nicht fertig. Na gut. Im Trockner irgendwas drin? Nö. Dann gerade wieder Gurken. Dann machen wir erstmal das. Und dann ist irgendwie, also ich hab das Gefühl, Mai wird spieletechnisch so ein ganz furchtbar schlimmer Monat. So ein richtig krass beschüssener Monat. Hatte ich eigentlich noch, warte mal, wieso wird denn das hier schlecht? Wieso wird die Karottendose schlecht? Oh. Habe ich die Generatoren nicht aufgeladen? Uff. Zu viel Auswahl oder zu wenig? Zu viel. Also ich glaube, Mai wird ganz schlimm. Mai wird, glaube ich, richtig, richtig schlimm. Das wird, glaube ich, ganz belastend. Dosen werden sehr langsam schlecht. Okay. Kannst du mal bitte den Überblick geben, was du in den letzten Streams geschafft hast? Bin noch nicht so weit mit den VODs. Ähm. Also wir haben, ähm, ich weiß nicht, wo du aufgehört hast, deswegen fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Wir haben das letzte Level der Mine erreicht, wobei ich mich dort noch nicht wirklich umgeschaut habe. Ähm, wir haben das letzte Level im Wald erreicht, äh, und haben dann rausgefunden, dass wir offensichtlich mal Pilot waren. Ähm, und uns daran aber überhaupt nicht mehr erinnern können. Wir wissen das nicht mehr. Ähm, uns hatte ja, wie heißt sie? Na, die Omi aus dem Wald hatte uns erzählt, dass, äh, dass da ein Flugzeug abgestürzt ist und das war tatsächlich unser Flugzeug. Ja, das ist ganz weird, wir können uns nicht mehr daran erinnern, wir wissen das überhaupt nicht mehr. Strange, sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ähm, ja, jetzt sollen wir ihr, äh, noch mehr, also ganz, ganz doll viel, das sieht man ja oben links, was für Quests ich momentan habe, äh, der Jenny, genau, jetzt sollen wir der Jenny ganz, ganz doll viel Guarana bringen, damit sie uns, ähm, äh, nochmal, noch so ein, so ein Beruhigungszeug herstellen kann, nicht Beruhigungszeug, sondern so ein, so ein Wachmittel, Wachmach, Gelumpsch irgendwie, damit wir nicht nachts um drei einschlafen, vor allem dann, wenn wir die Flucht ergreifen an diesem, wann dann auch immer der Tag kommt, ähm, ja, so, äh, das heißt, ich muss super, super viel Guarana sammeln, ähm, außerdem, äh, Phase 2 von der Rakete haben wir halt abgeschlossen, ne, deswegen sieht man jetzt hier schon den Rahmen, Phase 3 fehlen uns halt super viel Elektrobauteile, das ist ganz extrem, den Wasserstoff haben wir schon, 40 Metall sind auch kein Problem, ach nee, guck mal hier, Wald bin ich noch gar nicht, also das letzte Level im Wald habe ich noch nicht, ähm, da brauchen wir noch Zeug, also hier können wir noch reparieren, äh, damit wir dann ins letzte Level im Wald kommen, Joes Vertrauen müssen wir noch verdienen, damit er uns dann sagt, wo Fort, hau mich platt ist, wie auch immer dieser Ort heißt, warte mal, Fort Observer, genau, so viele Spiele und so wenig Zeit, ja, naja, das wird ja, ja, das wird kommen im Mai, das wird, glaube ich, im Mai wird das ganz schlimm, Mai wird, glaube ich, spieletechnisch richtig, richtig fatal, gerne, oder Goldkrone, kein Problem, ähm, 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 was, nee, es sieht nicht mau aus, im Mai mit Spielen, ganz im Gegenteil, Hallo der Andi, schönen guten Abend, ganz im Gegenteil, Mai wird krass, was Spiele angeht, das wird, glaube ich, da wollen irgendwie alle ihre Spiele raushauen, ja, wo habe ich denn das, ach, das Guarana habe ich unten, stimmt, stimmt, das habe ich unten im Kühlschrank, ich troll, genau, im Mai kommt zum Beispiel Below Zero, ähm, der Scanwood, äh, kommt dann, wobei das nicht so schlimm ist, das könnte man auch schieben, also es ist jetzt nicht so, dass ich da, ne, aber Below Zero kommt, ähm, das wird schon mal ein Brecher, also da, ne, wenn das da ist, dann bin ich die ganze Zeit mit Below Zero beschäftigt, ähm, das fehlt mir ja gerade Wasser, verdammt, die Eimer voll, ach, ne, der bringt das ja nach, wieder nach unten natschen, Biomutant kommt im Mai, genau, ja, das ist nicht so schlimm, Atlas, oder ist das, warte mal, das ist ja nicht das, das ist nicht das neue Mass Effect, oder? Da kommt nur die, diese Remastered Geschichte, oder? Kein neues Mass Effect, ja, Resident Evil interessiert mich ja Gott sei Dank auch nicht, Jupp, okay, gut, macht mich nicht schwach, das wäre es jetzt noch gewesen, das wäre es jetzt noch gewesen, Oh, sie nimmt heute keine, was ist mit ihr? Heute nimmt sie keine Orangen, naja, gut, dann nicht, na, hör auf, Joker, es war noch mehr, es war noch mehr Spiele im Mai, Mai wird, glaube ich, wird, glaube ich, so, warte mal, mal ganz kurz gucken, ja, schon leicht angedützt, geht aber, glaube ich, noch, zweifel haben wir das Messer noch dabei, weil nur vier Patronen, das ist nicht sonderlich viel, wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? 90, oh, auch nicht viel, trotzdem gerne Sachen kaufen, bei Sergei, weil ich hoffe, dass der irgendwann dann auch Elektro-Bauteile, ach nee, wir haben den schon auf Maximum, dann wird er die nie haben, scheiße, oh, guck mal, hier in dem Telefon-Unsinn, elektronische Bauteile, kaufen wir mal, das ist nämlich mega nervig, ich da nicht einfach so rankomme, irgendwie, ach, mach das, Flensi, viel Erfolg, weißt du, was Jahresende erscheinen soll, das weiß ich auch, das weiß ich auch, das weiß ich auch, ähm, aus dem Krankenbett, oh Gott, oh, Bad Wolf, gute Besserung, was ist ein Wolf? nur das Remaster, hallo, ja, aber ich hab ja, also, das Ding ist halt einfach, und das ist nun mal Fakt, es ist nicht lang her, dass ich, ähm, Mass Effect gespielt hab, so, deswegen, find ich das jetzt persönlich grad gar nicht so schlimm, ja, also, ich werd nicht sofort Mass Effect nochmal komplett durchspielen, das ist einfach, das ist halt Quatsch, ich hab's halt erst gespielt, das wär sonst richtig fatal, da würd ich ja gar nicht klarkommen, ja, scheiße, die sind alle noch abgeerntet, Mist, das ist schlecht, äh, na, na, definitiv below zero, Heiner, das ist ja aber klar, was, ich baue keine Nuklearrakete, doch, Hölle, hä, hab ich die nicht aufgesch- doch, aufsammeln, sozusagen, aufsammeln, öffnen, die läuft irgendwie immer noch, ne, vielleicht kein Großwild, kann das sein, hatte ich die nicht mitgenommen, ich dachte, ich hab die eingepackt, oh nein, ich hab den Köder vergessen, einzupacken, ich, oh, 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 zur Flucht, Wulf, wir wollen flüchten, flüchten, was, nimm das, wie sieht's bei der Jägerin aus, nimm das, äh, ich kauf einfach gerade mal zwei nach, nimm aber die aus der Kiste, behaupten sie alle, ja, die Frage ist halt, also ich glaube, was Größeres finden wir halt dort einfach nicht, zur Flucht in einer Rakete, ja, Flucht in einer Rakete, da rennt jetzt ungewöhnlich, ist doch vollkommen normal, Rotenfremdling, hallo, hallo, wir kochen das mal eben, Regi ist uns nicht in den Kühlschrank, nur für die Flucht, genau, Anna, Dankeschön, alles gut bei dir, Gondelfahrten durch den Wald gemacht, jemand soll die Gondelbahn wieder reparieren, ich bin dabei, ähm, ja, ja, das hat der, das hat der Joker gemacht, Bad Wolf, hat er gemacht, hallo Hans, einen wunderschönen guten Abend, so, neue Einstellung, neue Einstellung, ich habe das Gefühl, dass wir hier halt echt, äh, nicht das kriegen, was wir haben wollen, was ein bisschen blöd ist, aber was willst du machen? das geht ein Stück gerade mal, wir müssen, glaube ich, wir werden nicht rundherum kommen, dass wir, auch ein bisschen in die Wüste fahren müssen, auch wenn ich die Wüste nicht mag, aber wir werden da nicht rundherum kommen, sehr mutig, aber retten dir vor die Player zu nehmen, lol, ja, will man das dann wissen, was da drin ist? Hm, holy, okay, warte mal, das erst mal, jetzt das andere, okay, das passt alles noch, willst du Bob, achso, nee, warte mal, ah, ich kann gerade nicht aufladen, ich habe keinen Sprit mitgenommen, blöd, das war dumm, Raube, hi hidden, sehr schön, Leveler, hi Carrie, more wine, nein, nicht reden, ich will nicht reden, ich will handeln, äh, so, der hat nur noch ein einziges Buch, was wir uns gönnen könnten, da brauchen wir aber noch ein bisschen, so, wo hatte ich denn noch welche stehen? Hatte ich überhaupt noch welche laufen? Weiß ich nicht, können wir ganz kurz noch nach unten gehen, ja, gut, Wolf, also ich weiß nicht, aber ich glaube, viele, also vor allem, das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was den Anspruch an sich hat, in irgendeiner Art und Weise realistisch zu sein, und ich glaube, da gibt es auch genügend Filme, die nicht den Anspruch haben, in irgendeiner Art und Weise realistisch zu sein. Ich glaube, hier war ich auch schon, oder? Gehen wir noch eins runter? Ja, hier war ich noch nicht. Dann können wir das einfach so easy einsammeln, das ist easy money. Das war es schon, mehr gibt es hier gar nicht auf der Ebene. Okay, das ist natürlich, hm. Ich glaube, ich war hier schon, oder? Ja, Was, Rambo, ist nicht realistisch, bin entsetzt. Ist faszinierend. Nun. Warte mal, war ich hier? Scheiße. Boah. Jum. Scheiße. Reiß aus. Reiß aus. Geh weg. Ich hab halt nichts zu essen mit dich, Troll. Scheiß Dreck. Komm, lauf. Das war nicht schlau. Ich hab was zu essen mitnehmen sollen. Komm schon. Go, 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 go. Nicht gut, Chat. Nicht gut. Das wird wieder, das wird wieder furchtbar knapp. Oh, das wird wieder so furchtbar knapp. Wobei, diesmal ist es vielleicht nicht ganz so knapp wie beim letzten Mal, wo wir festgestorben sind. Ich glaub, diesmal geht's noch. Reaktifizibel und zusammengeschütteten Anzug. Es gibt halt echt schon Sachen, ne? Schnell, 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 schnell. Essen auch. Oh, puh. Alles klar. So, jetzt kochen wir ganz kurz noch ein Smoothie. Zack. Sehr schön. Smoothie am Start. Ah, jetzt hab ich natürlich das Zeug nicht verkauft, ne? Ist ein bisschen blöd. Aber so ist das. Kurz runter zur Raffinerie. Scheiße, die ist ja voll. Also, der Kraftstoff ist voll, warte mal. Ähm. Nehmen wir mal mit. Dann können wir... Nicht bereit. Aufladen. Okay. Schicken wir das da rein. Wird ja irgendwie gerne noch die... ...Dings auseinandergenommen. Aber das schaffe ich jetzt nicht mehr, ne? Die Telefone. Aber handeln schaffen wir noch schnell. Mit Bob. Früher Sprit essen. Gibt es da etwa ein Muster? Nein. Ach so, nein. Warte, Mist. Er nimmt heute gar kein Gold mehr. Flucht. Ja, so viel dazu. Dann halt nicht, ne? Noch irgendwas, was ich noch unbedingt machen will, muss? Nö. Gut, dann schlafen. Hallo, Lady B. So, zwei Tage noch, dann kommt der Agent. Immer deine Briefe. Immer. Natürlich. Nomnom. Ach so, nee, warte mal. Dann nehmen wir jetzt die Dose, die sowieso fast abläuft, mit. Habe ich seit Spielbeginn heute verpasst? Äh, heute noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Es ist noch nicht viel passiert heute. Ähm. Also, wirklich nicht. Was habe ich denn heute gemacht? Also, ich war noch kurz im Wald. Ich habe ein bisschen Guaraner noch geholt. Ich habe geerntet. Ähm. Ich habe, ach so, ja. Das habe ich gemacht. Ich habe noch ein paar Eimer mehr gestellt, weil wir ja jetzt mehrere Tage hintereinander, ähm, kein Wasser haben. Ja, und ansonsten? Nö, sonst, sonst nix. Hi, Jeffro. Sonst hast du nix verpasst. Gut, jetzt nehme ich noch schnell die Telefone auseinander. Das Ärzte lasse ich hier. Ja, liegen. So. Gut, das können wir an Bob noch verkaufen. Bob. Ja. So. Was hätten wir? Da ist nur Glas drin. Der hat nix. Saltration. Die haben nur so Essen. Irgendwas mitnehmen? Meine Achse ist fast kaputt. Ja, nee, die hält noch. Nee, komm. Egal, die geht noch. Die geht noch, Freunde. Die geht noch. Ach so, warte mal. Okay, halt. Das hier muss ich noch machen. Unbedingt. Kann ich nicht, das kann ich so nicht lassen, oder? Eins, drei, drei, vier, fünf, sechs. Bewässern müssen wir, weil wir brauchen das blöde Guarana. Die Massen, die wir da brauchen, sind so übel. 99 Stück. Ich bin halt echt am überlegen, ob man ihr das... Weiß das zufällig jemand im Chat, ob man ihr das getrennt geben kann? Also, ob ich ihr jetzt schon, keine Ahnung, 50 geben kann und den Rest dann später? Das geht nicht, ne? Das ist so ein bisschen das, was ich etwas kritisch finde. Danke, sehen, dass ihr wieder im Bunker unterwegs seid. Hype! Ja. Einige Wochen haben wir gefunden, der Schuss war immer beschäftigt. Hatte ich immer genau diesen Mythos aus den Zähnen getestet. So, nehmen wir hier ein paar Beeren mit. Mal kurz hoch zu Level 5. Ich habe wieder keine Köder eingebaut. Ach doch, ich habe, glaube ich, noch Köder, oder? Ob das geht? Wie meinte jemand im Chat, das würde wohl nicht gehen. Ja. Ich dachte auch, die Aussage war, das geht nicht. Das wäre super. Ah doch, ich hatte noch zwei mit sie. Aber ich habe nicht noch einen mit. Naja, gut. Wo ist das? Waren jetzt eigentlich hier in der drin, in der Bärenfalle, war da auch noch ein Wolf drin, oder? Ja, die hält einfach länger, kann das sein? Die hält viel, viel länger. Die ist nur ganz leicht angedützt jetzt. Na, hier habe ich ja abgeerntet, gestern. 99, ey. Wir laufen jetzt einfach mal hier durch, gucken, wie viel wir noch sammeln können. Dann gehen wir mal kurz zu ihr. Vielleicht kann ich ihr einfach so das doch geben. Vielleicht geht's ja doch. Vielleicht bedeuten besser mehr. Ich habe so Angst, dass die mehr weggammeln im Kühlschrank. Hinten ist noch eine. Da ist noch eine. Was ist eigentlich das Funken hier die ganze Zeit im Wald? Das verstehe ich bis heute nicht. Hiniigui. Der Mal blatant. Der Mal... Das verstehe ich bis heute wieder. Der Mal bein. Wai. Der Mal. Mausenzeichen vielleicht. Ja, aber von wem? Wofür? Wegen was? Weißt du? Wir schreien das, weil wir tiefe immer schauen, dass wir nichts verrottet. Gott, wir tiefe. Das mal wieder anfangen wird es auch übel. Das ist wie Bannerlord. Ganz übel. Hallo, Artrick. Was hat das mit dem Flugzeugabsturz zu tun? Maybe, das könnte sein. Wir probieren es mal gerade. Was ist ein Jammer? Komm, einfach später wieder. Nee, reicht nicht. Nee, sie will das komplett haben. Mist. Ein Versuch war es wert. Es gibt jetzt Obstgärten. Ja, es gibt so viele. Die wollen ja als nächstes irgendwie noch einen Esel einführen. Und alter. Also ich verfolge schon hier und da die Patchnotes, so gut ich kann, ne? Holy. Nein, nicht bewässern. Nein, 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 nein. Die kann ich ernten. Die ernte ich auch sofort. Die nicht. Oh, die fast fertig ist. Du hast gesagt, wie war es? Direkt wieder Stunden vergangen. Ne, ich habe heute schon ein bisschen. Also ein bisschen habe ich gespielt. Ich habe es jetzt nicht übertrieben, aber ein bisschen habe ich gespielt. Schon geil. Schon geil. Ach, guck mal, jetzt ist sie fertig. So. Wo sind wir denn? 71. Fehlen noch 26. Naja, komm. Das kriegen wir schon noch hin. Denk ich. Kriegen das schon noch hin. Guten Abend, Greynair. Greynair. Danke an den Spender. Schenkabos von gestern, sollte ich sagen. Ich muss mich erst mal kurz hinlegen dann, oder? Ja. Schamüde. Master, äh, Chef hier, ne? Hier, Chefkoch, Dingens. Haben wir gekriegt, geil. Kurz schlafen, Nickerchen. Baby-Flenzine. Ja. Ja, alle munter. Nur so weit. Klar. Also ich zumindest. Ähm, müssen wir noch in die Mine noch aufladen. Warte, wir können... Das können wir, glaube ich, verkaufen. Vielleicht immer noch nicht fürs Buch, ne? Nee. Ah. Noch nicht fertig. Meine Axt fixen. Zu legen. Neubauen. Neubauen. Ein Schroder-Tag in der Natur. Draußen. Draußen. Hi, Ains. Nice one. Ja, Wetter war heute bei uns auch okay. Hi, Ains. Wetter war heute bei uns. So weit. War kalt, aber schön. Ja, so kalt war es bei uns gar nicht. Es war halt nur... Also es hätte von mir aus früher sonniger werden können. Wurde so spät bei uns erst sonnig. So, jetzt kann ich es mir endlich leisten. Das ist das letzte Buch. Bam. Er hat Vorbereitungsbuch. Das letzte, was wir kaufen können. Ey, wo ist es? Achso. Der ist geliefert. Ich treu. Ähm. Habe ich Bob schon Gold angedreht? Ja, nimmt er gerade nicht. Ja. Puh. Dann trotzdem in die Mine zum Aufladen wenigstens. Ein neues Getränk zu dir nehmen? Was denn für ein Getränk? Nee, die Bücher kann man leider nicht wieder verkaufen. Das finde ich auch ein bisschen sehr nervig. Weil du die halt so... Du musst die halt einlagern. Was... Was echt ätzend ist. Ja, auch super sonnig. Er war bei uns leider erst ziemlich spät. Hi, Tom. Er hätte ruhig früher sein können. Haltpapier draus machen. Geht auch nicht. Ich kann es nie zerlegen. Wäre geil. Geht aber nicht. Oh, ernsthaft. Okay, dann fahren wir erstmal runter. Okay. Ich weiß nicht, was genau du meinst, Flensi. Ich weiß nicht, welches Getränk. Club Mate mit irgendwas. Ja, ich mag... Also, ich persönlich mag Club Mate nicht. Ist mir zu sprudelig. Wie kann man sie denn immer in den Bunker stapeln? Ich hab sie halt in der Kiste. Ich hab sie in die Kiste gestopft. So, die laufen erstmal wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich auf noch irgendeinem Level eine anhatte. Ich glaub, er hat die Bücher mit dem ganzen Wissen verkaufen sollen. Muss man noch ständig nachlesen können. Quatsch. Du merkst dir das doch. Easy merkst du denn das. Bestimmt. Nee, warte mal. Pass mal auf. Ich lad die jetzt auf hier. Ja, Mate ist halt echt eine Geschmacksfrage, ne? Also, ich find Mate generell sehr geil. Trink am liebsten halt Maya-Mate. Aber das ist, ja, das ist ja dann so ein Geschmacksding. Es gibt ganz, ganz... Also, es gibt eigentlich... Ja. Mate, das Thema hatten wir auch schon oft, ne? Es gibt halt Leute, die können das überhaupt nicht leiden, den Geschmack. So gar nicht. Und dann gibt's Leute, die das halt geil finden. Ob du dir das mal... Ich mir nicht, aber der Charakter. Wieso denn ich? Ich merk mir das nicht. So geil. Das letzte Buch ist da. Gibt's ein bestimmten Achievement, oder? Yes. Trapper 101 und Booksmart. Guck mal hier. Jetzt haben wir nämlich alles gelernt, was man lernen kann. In-game. Sehr geil. Ziemlich geil. Komisch angeschaut von Bekannten, wenn man plötzlich im Rollstuhl sitzt. Naja, das ist ja aber auch logisch. Frick. Also, ne? Dass man sich da wundert, äh... Und nachfragt, vermutlich. Möchte ich zumindest auch. Das ist schon irgendwie verständlich. Äh... Äh... Nope, nicht meins. Hattest du's im Kühlschrank stehen, Flensy? Es ist ganz wichtig, dass man das echt kalt trinkt. Äh... Äh... Gibt's denn hier jetzt noch so super viel Zeug drin liegen? Verdammt. Das muss auch mal runter. Muss hier rein? Ne, warte mal. Das ist das... Debuch-Ding. Muss da rein. Muss ich da noch einschmelzen, hm? Der ist schon wieder voll, ne? Scheiße. Gekühlt, gekauft. Ja, okay, dann. Ey, das muss echt eiskalt sein. Sonst... Sonst geht's gar nicht. Also... So, das war's eigentlich schon wieder. Mehr kann ich heute nicht machen, glaube ich. Ich wollte eigentlich... Weißt du, was ich eigentlich machen wollte? Warte mal, doch. Ich trinke... Ne, das war jetzt dumm. Das war mega Verschwendung. Wieso hast du das getan, Rauche? Es ist doch eh schon Nacht. Ich muss schlafen gehen. Ich Idiot. Mal gucken, ob wir wenigstens noch eine hinkriegen, damit es nicht ganz umsonst war. Wenigstens eine noch. Dann war es echt nicht ganz umsonst. Bitter. Dummraupe. Echt dumm. Naja. Kühlschrank direkt vor der Kasse. Eineinhalb Minuten. Ja, ja, ich weiß. Du warst ja schnell wieder da. Ja, nö, dann ist es halt einfach nichts für dich. Wie gesagt, das ist halt echt Geschmackssache. Das mögen einfach nicht alle. Geh schlafen. Mehr Loot für uns. Blue Phoenix Emily. Vielen, vielen Dank für den Recept. Dankeschön für 33 Monate im Kokon. Du darfst entscheiden, in welchen Farben die Eisenstäbe, die dich vor der Außenwelt schützen, angepinselt werden sollen. Dankeschön. Na klar. Machst du das etwa nicht, Edi Bee? Mit der Spitzhacke kuscheln? Das ist doch vollkommen normal. Macht man doch so. Nicht? Ja, so. So. Haben wir nicht. Packen wir wieder zurück. Guten Abend, Kaladin. Hallöchen. Mein Seelenbörder ist vielleicht. Ilandon, Hallöchen. Schönen guten Abend. Äh. Okay. Jetzt ist die natürlich gerade fertig geworden. Ich hab's fast geahnt. Machen wir mal die Energydrinks fertig. Bin eher so ein Shootingtyp, weil dann kuschel ich mit meinem Gewehr. Krankenhaus, Flur, Automaten, Kaffee und eine Tafel Schoki. Ein Hoch auf eine ehemalige Klassenkameratin, die als Krankenschwester arbeitet. Geil. Gönn dir. Hast du eigentlich ein Einzelzimmer? Oder? Darfst du dir das mit anderen netten, tollen Menschen teilen? Die total super sind. So. Das hätten wir. Die kann ich eigentlich essen, ganz ehrlich. So. Die drei würde ich dann auch trocknen wollen, weil die wären so schlecht. Quatsch, das ist doch Blödsinn. Das ist, das ist gerade so ein Schwachsinn. Das ist doch, das sind doch normale Bären. Ich, aha, was tue ich hier eigentlich? Hi, Schrauchy. Hab ich die Frage falsch gestellt? Also, Gummizelle wäre die richtige Frage gewesen. Entschuldigung. Verdünns. So. Diesmal vergesse ich hoffentlich die Köder nicht. Normale Köder mit. So, die können wir noch verkaufen. Können wir noch einschmelzen. Halt, warte mal. Hier unten war da gerade was fertig, oder? Ja. 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 Heute nimmt sie Orangen. Voll. Eisfach ist doch immer oben, oder nicht? Nee. Nee. Also, bei unserem ist das Eisfach auch unten. Das ist nicht immer oben. Heute ein Haus angeschaut. Eine andere Patientin teilen, die redet aber nicht viel. Fast den ganzen Tag mein Headset drin Musik an. Naja, gut. Ja, die Frage ist auch, will man sich dann unbedingt... Ja, kommt halt drauf an. Vielleicht ist man sich ja sympathisch. Man weiß es ja nicht. Könnte ja schon durchaus sein. Dass man sich sympathisch ist, oder so. Und es dann gar nicht rausfindet. Kau ich vielleicht mal noch Munition. 42 auf Lager vor allem. Alter, Falter. Glaub ich kaufe mal Munition. Die kostet ja quasi nichts. Hallo, Heavy Bug. Einen wunderschönen guten Abend. So, jetzt wieder ab in den Wald. Hey, wieso führe ich denn jetzt komische... ...kleppende Wesen auf meinem Ohr? Das war eher merkwürdig. Wieso bin ich ein schlechter Verfassung? Ja, wobei doch, wir sind ein bisschen müde. Wir haben ein bisschen Hunger. Das stimmt schon. Was essen sollen, ne? Bevor ich los bin. Nein, was soll's sein? So ist das. So ist das. Haus kaufen. So ist das. 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 Der Trend geht eh zum Zweithaus. Man kennt's. Denker ankaufen. Okay. Äh... Nein, ich glaube nicht, dass das schon wieder nachgewachsen ist. Doch, tatsächlich. Also zumindest die hier vorne. Guten Abend, Agent Adler. Ich glaube, das war's schon wieder. Der Rest wird noch nicht nachgewachsen sein. Courage! Oder Zwangsverflauscher. Vielen, vielen Dank, äh... Für... Das Zwangsverflauschen vor Lady B, die damit im sechsten Monat im Kokon ist und Strom in die Gummizelle bekommt, Steckdosen in den Kühlschrank, der sich automatisch mit dem Kalktränk befüllt. Er ist dann auch schon nicht versucht, mit mir zu reden. Da hatte ich das Headset auch nicht in der Reisetasche. Tja, weiß. Vielleicht hat es jetzt nicht einfach so mit dem Reden. Kann ja... Kann ja sein. Ne? Ist ja jetzt nicht jeder zwangsläufig gesprächig. Glaub ich. So, kaufen wir davon mal wieder ein paar. Ähm... Kann man hier nicht einfach Maximum kaufen oder so? Ah! Danke. Mal dieses Geklickere, das nervt dann schon. Ist die schon fertig? Nee. Muss aufgeladen werden. Hm. 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 Ich hoffe, das Alte verliert 220 Quadratmeter, aber ist rollstuhlfreundlich. Ja, ist auch die Frage, ob man so viel Platz braucht, ne? Das ist dann wohl immer auch so ein Ding. Wenn man mit weniger Platz auch gut klarkommt. Nicht mehr so viel sauber zu machen und zu bewirtschaften. Ne? Immer die positiven Dinge sehen. Ich glaube es. Kurz ein sehr gutes Gebrauchtes gegönnt. Ja, Kleinanzeige. Warte, ich lese gleich weiter. Ähm... Salzgurken fehlt Wasser, ne? Mann! Hobby Raum für mein Modell so gemacht. Äh... Ich höre nun Dinger. Ein Kuchen, die noch nicht wiedergibt. Dann gucke ich meine Receiver immer grummelig an, wenn ich mein Headset aussetze. Ja, nun... Wird man sich natürlich die Frage, warum so eine teure Anlage das nicht kann. Das ist dann aber merkwürdig. Also... Alter, das ist ja wirklich... Uh! Weniger Platz, der besser geschnitten ist, auch oft besser genutzt werden. Ja. Das ist auch das Schimmsch. Auch das ist wohl wahr. Ob hier Raum für die Modelle... Oh. Ja, ist natürlich dann auch ein bisschen schade. Also ich glaube, schade ist es schon. Schade ist es dann schon irgendwie. Ob ich kann die noch... Ach nee, warte mal. Die nimmt nur zehn davon am Tag. Und ich habe ja schon welche verkauft. So. Stimmt's? Ja. habe ich. Der nimmt halt offensichtlich nicht die Gurke. Schade. Der hat kein keine Munisommen mehr. Und der hat gerade nicht das, was ich brauche. Dann zerlegen wir jetzt noch den Holzstamm. Das ist halt kleiner gebaut irgendwie. Ach, die Modelle als Bahn. Ja, das kann man ja mit Sicherheit anpassen. Ja. Dann fertig. Muss ich aufladen? Die gehen gleichstens wieder aus. Kursstück der Räumlichkeit. Kein Platz, alle Lautsprecher richtig zu positionieren. Ah, okay. Ich verstehe. Ja, das ist natürlich dann blöd. Mir ist das Mikro verrückt. Da ist keine vernünftige Aufstellung möglich. Das ist dann echt blöd. Hallo, Angel Knight. So, muss man mal kurz gucken. Ich hatte doch noch super viel Äh, wow. Erstens haben wir noch super viel Holz oben liegen. ging es aber jetzt hauptsächlich hier rum. Das wird das noch verwursten in der Anlage drüben in der Mine. Moin, Animus! Achso, Strauchy, du warst vorhin auch nicht da, als ich es gesagt habe. Morgen nur Abend und three. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Eingrillen bei Strauchy habe ich hier. Was? Und mir jetzt Zeit zum Zocken. Mann. Zocken ist geil. Ich bin das blöde Gold schon wieder nicht ab, der Kunde. Hallo, Barney. Ein wunderbarer, guter Tag. Kein Verschulden ist ein Kino. Ist das so glücklich, aber nicht über das Headset? Ich weiß nicht, da habe ich da sicherlich nichts falsch gemacht. Ne. Wenn es so gut ist. Verdammt. Warte, wenn wir das aufladen, können wir eventuell was mitnehmen. Wie angrillen. Wer hört denn damit auf? Genau, einfach durchgrillen. Ja. Einfach durchgrillen. So macht man das. Ich glaube, morgen kommt der Agent, ne? Bisschen fatal. Und wir nehme ich noch ein paar Sachen wegräumen. Heike, Andrea, schönen guten Abend. Das sollten wir jetzt relativ schnell machen. Gott, der ganze Scheiß in meinem momentan ist es wohl. Schon zu Silvester gegrillt. Ja, wieso auch nicht? Also. Jetzt auch nicht unbedingt das Problem. Das da rein, das da rein. Das, na, das war genau die Falsche. Da hin, das wird hier unten in die nicht mehr passen, aber wir können es ja mal versuchen. Ach doch. Okay, Gott sei Dank. Das ist ein Glück. So. Das ist durch. Boah, fast geschafft. 99. Ist auch kurz vorher vergammeln sie alle. So, das Ding ist, ich muss die jetzt wegräumen, ne? Also, wobei, ich kann die auch morgen früh wegräumen, glaube ich. Ja. Der Schäffe kommt morgen. Das schalte ich mal eben aus. Schon mal. Vorab. Ja, ganz knapp. Ich will mal überlegen, ob wir, ach, guck mal hier, die Raffinerie kann ich noch ausschalten. Die brauche ich jetzt auch nicht. was Akustik angeht, wenn man einigen Anpassungen ist zufrieden. Alter, die Raffinerie, guck mal, wie viel die verbraucht. Okay. Na gut. Ähm. Ansonsten, alles okay. Jo, dann können wir schlafen. Huch. Entschuldigung. Leidenschaftliche Beziehung begonnen. War nicht von Dauer, aber wir haben uns beide geeinigt, dass es nur eine kurze Dauer sein wird. Mit was denn, Barney? Ich habe bei uns Grillen größtenteils eingestellt. Ich mag kein Träumen. Meine Freundin kann kein rohes Fleisch essen. Kein rotes, Entschuldigung. Nur um Hühnchen pute zu grillen nutzt sich das Ganze nicht so wirklich. Okay. Gucken wir mal, ob wir die heute verkaufen können. Ah. Bröder können wir wieder einkaufen. Da muss ich da mal jetzt drei kaufen immer und nicht nur eins. Schade. Orange nimmt sie heute nicht. Ach, das ist ja das Gold. Müsste ich noch loswerden. Das kaufen wir und komplett die Munition. Und das Gold habe ich hier unten. War ja dann genauso toll, mit einem Series X. Ja, naja, also, ja, verstehe ich aber. das kommt halt immer drauf an. Ich meine, wenn ich mit den Kopfhörern irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht Großes mache, damit nur zocke, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt so teure Kopfhörer. Also, Headset, ist ja ein Headset. Aber wenn man natürlich eine gewisse Qualität haben will und damit vielleicht, keine Ahnung, Stream, sonst was, ja, dann ist das natürlich auch ein bisschen was anderes. Kommt halt immer drauf an. Grillen vermisse es. Ja, ich wäre auch wieder, boah, ey, hätte ich echt Bock drauf. Moin Alltagsheld. Boah, da hätte ich echt Bock drauf, ne? Grillen vermisse ich auch. Richtig dolle. Ein großes Eis. Oh, das wird aber dann nicht von Dauer sein, die Beziehung. Barney. Die wird dann wirklich nicht von Dauer sein. Schade. Schade. Aber hätte ich dir, ich hätte dir natürlich mehr gewünscht, ja. Äh, ja, nun. Krillen stellen vorher an Wurscht drauf. Kosten keine 500 für ein durchschnittlich gutes. Ja, wie gesagt, deswegen sage ich ja, es kommt darauf an. So. Ich hätte zum Beispiel auch gerne, also inzwischen, ne, ich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich, äh, gern irgendwann, aber ich habe halt gerade auch einfach, ein bisschen andere Prioritäten, äh, von dem Mikro weg würde, also von dem hier, ja. Ähm, ich hätte, äh, glaube ich, echt gern wieder ein, äh, ein Headset irgendwann. War ja halt einfach angenehmer, ne. Du weißt nicht, den Arm, der dir hier so rumhängt. Das ist ein bisschen, ein bisschen Freiheit. Heiz. Ja, mal gucken. Gleich irgendwann. Hm. Hm. So. Das war das. Agent kommt jo. Ja, der kommt aber mit Sicherheit erst später. Der kommt nicht um die Uhrzeit, nicht so früh. So früh kommt er nicht. Hoffe ich. Überlege gerade, auf festes Mikro umzusteigen. Echt? Wieso? Also, wenn du jetzt sagst, ist ja Qualität unzufrieden, dann verstehe ich es, aber, oder gibt es einen anderen Grund? Hm. 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 High-Quality-Shirt, Skidow-Wert ist sicherlich Alternativen, vielleicht sogar besser, billiger sind. Ja. Eben. Wie gesagt, ne, da kommt es dann auch immer drauf an. Auch auf die Langlebigkeit zum Beispiel, ne. Das ist halt auch so ein ganz wichtiges Thema, was man immer nicht vergessen darf, ja. Ähm, wenn ich mir natürlich, keine Ahnung, für 50 Euro, ähm, ein Headset hole, was durchschnittlich gut ist, ähm, und dann aber nur, sich ein Jahr hält, oder so, und dann geht irgendwas kaputt an dem Ding, was auch immer dann kaputt geht, dann ist es halt auch kacke. so. Äh, ja. Ne, wie es halt immer so ist, mit so ziemlich allen. Äh, professionelles XLR-Standmikrofon ersetzen kann, ich glaube schon. Es kommt ja drauf an, was du damit machen willst. Wie gesagt, ja, also ich, ich betone das nur gerne immer wieder, und ich, ja, weiß nicht. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, äh, Profi, was sowas angeht, aber, ich glaube einfach nicht, dass wenn ich immer an derselben Stelle sitze, so als Streamer, und der Raum, äh, okay ist, vom, vom Sound her und so, dass, dass, dass man da einen mega Unterschied hat. Wenn man ein gutes Headset hat. Oh. Ups. Jetzt habe ich die ganze Zeit geredet, und habe halt nicht auf die Uhr geguckt. Upsi. Ja, ja, kommt dann morgen. Wann kommt er denn morgen? Fand er jetzt nicht so geil, ne? glücklicher Agent? Na, dann geht's ja. Dann geht's ja. Na, wenn er glücklich ist, dann bin ich's auch. Ne? Wenn er glücklich ist, dann bin ich's auch. Äh, ich finde, das ist aber noch ein Unterschied zu einem Zocker, äh, der mal stream will. Ja. Also, ja. Wie gesagt, ne? Ich wiederhole mich. Wann muss man damit machen? Gunaam, Funbird! Ausverkauft. Schon gefragt, warum ich das nicht kaufen kann. Okay. Okay. Äh. Äh. So, ist glücklich, wer er endlich was gefunden hat. Nee, merkwürdigerweise ging der Verdacht auch nicht hoch. Das fand ich ganz spannend gerade. Dass das für ihn nicht verdächtig war. Ich hätte irgendwie fest damit gerechnet, dass er das jetzt nicht so geil findet, wenn ich nicht da bin. Aber, ja. Gut, also ich beschwere mich da jetzt halt auch nicht. Die frohe Kunde des Kingdoms hast du gestern mitbekommen, ne? Ja, das kommt jetzt auch irgendwann, oder? War das nicht auch im Mai? Das kommt doch auch im Mai. Das war doch auch so ein Ding, was im Mai kommt. Ich glaube, das war auch so ein Ding, was im Mai kommt. Meinte, ich habe zu wenig Geld für günstiges Werkzeug. Mit meinen Kopfhörern sehr zufrieden. Na, meine Kopfhörer sind auch echt geil. Also meine, ganz ehrlich, die liebe ich halt, ne? I, I, I love them. Very, very much. Machen kleine Sachen vielleicht einen großen Unterschied, Zeit, ersparen, das Hunter-Abon angeht. Wenn du mit dem Sound-Mikro zufrieden bist, brauchst du auch kein Upgrade. Schmie, die Miete vergessen. Schmie, vielen, vielen Dank für den Reservat angeschoben. Für 38 Monate im Kokon. Du bekommst den zweiten Stein für den Kamin. Vielen, vielen Dank. Und die von Sennheiser, ja. So Ansteck-Mikros. Ja, da kenne ich mich aber so gar nicht aus. Also ja, zum Beispiel Dizzy hat eins. So ein Ansteck-Mikro. Ich glaube, das ist auch ziemlich geil. Ähm, ja, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Vielleicht, also wie gesagt, irgendwann. Momentan hat es keine Priorität. Im Moment hat es bei mir keine Priorität. Falschen Endesparzahl drauf. Ja, zumindest meistens. So, ja. So, jetzt nehmen wir die 99 Guarana. Und bringen die zu Jenny. Geil. Wir haben es echt geschafft, 99 Guarana zu sammeln. Den Kopfhörern zufrieden bist, würde ich eher zu sowas zentieren. Ja, das stimmt wohl. Weil ich liebe meine Kopfhörer, wirklich. Ich, die sind halt Traum. Ne, und die werden halt nicht mehr produziert. Die kriegst du halt nicht mehr. Die, genau die, die ich hab. Kriegst du nicht mehr. Kriegst natürlich andere von Sennheiser, aber halt nicht die. Das ist neu. Nochmal 99, dann raste ich aus. Hey Jenny und Bob. Hier sind eure Vorräte an Früchten. Sollte genug sein, um die ganze Stadt wach zu halten. Ah, was für eine lustige Idee. Vielen Dank, junger Mann. Ich schulde dir etwas. Erwarte die Lieferung in deinem Briefkasten. Ich wünsche dir eine gute Reise, Butterblume. Danke. Pass auf dich auf, Jenny. Nice. Okay, sleepless. Haben wir abgeschlossen? Haben wir tatsächlich abgeschlossen. Nice. Freue ich mich ein bisschen. Butterblume. Ja, so nennt sie uns die ganze Zeit schon. Ein Boom, Mick. Alle sagen, das ist klar, ist klar. Ein Boom. Boom. Kennen wir das Spiel? Findest du trotzdem nett? Achso, ja. Findest du auch sweet. Butterblume. Ähm. So. Mal gucken, ob uns Jenny die abnimmt heute. Nein. Wieso laufe ich dann überhaupt erst hierher? Ansteck-Mikro. Achso. Das ist auch... Das ist ein Ansteck-Mikro, was du hast. Okay. Ja, wie gesagt. Irgendwann, wenn es dann wirklich mal soweit ist, setze ich mich dann damit auseinander. Aktuell nicht so. So, jetzt räume ich die wieder weg, weil ganz ehrlich, ich brauche nicht so viel Guarana. Auf Dauer zumindest nicht. Wo habe ich denn hier? Gurkenkerne. Und noch mehr Gurken anbauen? Können wir. Können wir machen eigentlich. Brauche ich aber noch ein Wasser. Ist hart übertrieben. Ja, nun. So, das sollte meine Lieferung sein. Eine Pille. Diese Droge hält dich die ganze Nacht wach. Nice. Wiegt das Ding was? Das wiegt tatsächlich was. Naja, gut. Nicht so schlimm. Ist erstmal nicht so schlimm. So, jetzt zerlegen wir noch die zwei Telefone. Ja, das ist natürlich nicht gut. Also direkt beim ersten Mal. Uffi, uffi, uffi. Uff. So, warte mal. Was brauchen wir eigentlich hier für Glas? Fehlt da noch ganz doll viel. Ein bisschen Steine einschmelzen. Habe ich Steine? Ja. Wollen wir mal ein bisschen einschmelzen. Schmelzen wir mal ein paar Steine ein. So. Hier könnte ich auch noch kurz aufladen. Abendbrot habe ich nicht mehr erlebt. Uff. Die Judensünden. Jetzt kommt es raus. Hier ist alles gut, ne? Können wir, glaube ich, ins Bett gehen. Wann kommt der morgen? Weiß ich nicht, oder? Weiß ich, wann genau der kommt? Sachen wegräumen für den Ermittler. Ja, ja. Ja, muss ich. Den habe ich ja heute verpasst, leider. Kurz gucken. Agentenbericht. Ne, das ist aber der letzte. Achso, 13.20 Uhr kommt er. Dann. Können wir morgen früh wegnehmen? Mit vier Gluck regnet es nochmal die Nacht. Können wir morgen früh wegnehmen. Hi, Jarin. Schönen guten Abend. Schlimmste Begegnung war mit Absinth. Leute kaufen sich halt auch teuren Scheiß, wissen gar nicht, ob sie überhaupt Talent dafür oder das Publikum finden. Achso. Ich habe ganz ehrlich, ich habe, ich angefangen habe mit dem Stream, hatte ich halt ein 15 Euro Headset, eine mega billige Kamera, einen Rechner. Also, der ist halt totaler Schwachsinn, schon mit einem übelst fetten, also sich erstmal sonst was alles zu kaufen, vorher. Weil man denkt, das wäre irgendwie notwendig. Ja, dann lieber irgendwie versuchen, äh, die Soundqualität irgendwie mit dem, mit dem, mit Software, äh, zu steuern. Und noch ein bisschen aufzuwerten, ne? Weil Soundqualität, das finde ich halt immer, ist das Wichtigste. So, Staudamm, das heißt, wir haben irgendwann wieder Wassermangel. Äh, verbotene Anschlüsse, Gegenstände, beschlagnahm, Eigentümer verurteilt. Oh. Beamte der Agentur haben das Haus eines Mannes im Cactus Springs Nevada durchsucht, dabei eine beträchtliche Sammlung verbotener Gegenstände gefunden. Darunter Bücher, nicht genehmigte Lehrbücher, nicht, achso, nee, das ist aber nicht der, ne? 30 Jahre Haft in einer Besserungsanstalt, Alter. Okay, ich dachte, hier steht was von dem Agenten drin. Nö. Na gut. Nimmt sie heute Orangen, heute nimmt sie Orangen. Achso, nimmt der Gourmet heute vielleicht? Nee, nimmt er nicht. Gut, dann holen wir schnell die Orangen ab. Ähm, gibt doch auch gut günstige Mix, genau. Deswegen ja, inzwischen, ne? Nö mal ehrlich, ist ja alles nicht mehr so teuer inzwischen. Alkohol nie verstanden, mir ist ja immer zu blöd, mein Geld in Flüssiges zu investieren. Anschluss rückwärts zu trinken, mir lieber die Geschichten aus meinem Bräuneskreis angehört. Din, 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 din. Ja, ich glaube, also bei mir war es einmal, war es wirklich, also da, da war es zu viel, da war es definitiv zu viel. Das war schon. Ich kann mich zwar noch durchaus an den Abend erinnern, aber das war halt das, ne? Also, so. Das war halt einfach zu viel, ne? Aber so ist das, ne? Man war halt auch mal jung. Man macht ja dann, äh, so Versuche, ne? Also, so Grenzen ausloten. So das Übliche halt. Das ist halt so ist als junger Mensch. Damals. Streaming-Kram ist, äh, teurer geworden. Kameras, Mikros und so. Ja, aktuell. Im Moment. Was? Straight to the Grandmas Haus. Achso, oh, wir haben Jenny auf Max Nice. Cool. Ja, geil. Schön, freu ich mich. Okay, cool. Äh, warte mal. Äh, hier nimmt, ne, Nancy nimmt heute kein Altpapier. Schade. Plastik. Oh, hier. Telefone. Nehme ich wieder. Äh, keine Munition, schade. So, was habe ich noch? Achso, warte mal. Nimmt der Gourmet heute? Nee, ne? Schmeckt Alkohol einfach nicht? Umgekippt und schlecht geworden. Ne, das kommt drauf an, was? Also, ich bin, ich bin ja auch eher so der, der süße Mensch, ne? Also, gib mir, gib mir irgendwie einen Erdbeercocktail oder so. Äh. Und da trinke ich, äh, ganz doll viele davon, was dann auch irgendwie nicht, nicht so gut ist, weil, äh, dadurch, dass das so süß ist, merkst du das halt nicht. Das merkst du dann erst, wenn du aufstehst. Ist schwierig. So, dann nehmen wir hier mal ein paar Eimer weg, weil so viele darf ich davon nicht haben. So, zwei darf ich haben. Null bis zwei ist sichere Menge. Jetzt in einem Abend, der noch gar nicht so lange her ist. Allein gegen eine Flasche Hugo. Hugo hat gewonnen. Nächsten Morgen nicht mehr, was in dem Abend alles angestellt hat er. Denkbar Alltagszeit. Habe ich beendet. Sie war kurz, aber schön und intensiv. Ich glaube, ich mache das mal wieder. Ach, schön, Vani. Noch kein Bier geschmeckt, aber über den Winter in der Meisterschule galt halt gelegentlich das Motto, dass vier Bier auch Normalzeit sind. Ja, nun, das ist dann so dieser Gruppenzwang, wo ich nicht, wo ich immer nicht so genau weiß, ob ich das gut finde, aber ich verstehe es natürlich, ne? Ja, ist halt so, ne? Hm, geht mir auch so, wenn dann süße Cocktails. Ja, das ist halt echt übel, ne? Also, boah. Süße Cocktails gehen halt echt immer. Und das ist dann halt echt fies. Äh. Ja, öffnen. Drei Bier sind auch ein Schnitzel, ja. Drei Schnitzel sind eine Fleischvergiftung. Ah. 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 Hi, Tepia. Schau, guten Abend. Um den Aufsteheffekt ganz besonders auskosten zu können, bietet sich an einem sehr sonnigen Tag eine Vanilleeis-Wodka-Bohle mit Ananas. Alter. Nein, ich glaube, das ist nicht gut. Wie geht es denn? Kopfschmerzen? Heute habe ich keine. Heute habe ich keine Kopfschmerzen. Hatte auch den ganzen Tag heute keine. Gott sei Dank. Ich hätte Lust auf was Süßes und ich habe nichts da. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Das sehe ich ein. So, ich weiß nicht, die jetzt aufzuwerten. Ne, das wird zu spät. Das habe ich mir gedacht. Das sollten wir also jetzt nicht... Naja, wir könnten anfangen damit vielleicht. So, jetzt höre ich aber auf, weil der Cheffe kommt ja dann, ne? Wann kommt der? Ne, der kommt später, oder? 13.20 Uhr. Schluss. Hoch. Den Rucksack muss ich nur ablegen. Dicken. Raus, das raus, das raus, das raus. Okay. Habe ich an alles gedacht? Das ist umgedreht. Wir haben nur zwei Eimer da. Strom. Sollte okay sein. Zumindest hoffe ich das. Ja, Strom ist in Ordnung. Die gehen jetzt auch nicht gleich aus. Das ist alles okay. Das ist zugedeckt. Wir haben nichts an, was irgendwie fatal ist. Wir sagen hallo. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Oh, er rennt heute wieder. Alles klar. Na gut. Hi, Meg Cheatersen. Nächsten Schnitzel aufpassen. Nicht, dass ich daran sterben muss. Obwohl, wenn das so wäre, dann wäre ich schon lange nicht mehr unter den Lebenden. Hilo Zucker in Form von 49. Hm. Nur ohne Lull. Ich bin extra für Kuchen und Süßkram erfunden worden. Wir haben eigentlich auch immer was Süßes zu Hause. Also, jetzt machen wir ernst. Süßes ist richtig. Ich habe Bock auf was Süßes hast und nichts ist da. Das ist halt fatal. Hi, Weiber. Ja, lass dir schmecken. Yay. Guck. Oh, wieso nur? Warte mal. Wo habe ich denn Wasser? Wie zu viel Wasser. Hä? Also, er ist glücklich. Alles gut, aber... Hä? Sichere Menge. Eins. Seit wann darf man denn kein... Ich habe das halt vollgelassen. Ach so. Ach, es ist ihm aufgefallen. Vermutlich, weil wir jetzt drei Tage kein... Kein Dings hatten, oder was? Kein Wasser hatten. Und deswegen kann das nicht sein? Vielleicht deswegen? Ich weiß es nicht. Naja, ist aber egal. Nicht so schlimm. Ganz offensichtlich ist das... Hä? Ist das nicht schlimm? Gut. Irgendwo kann ich es da in den Schränken. Ich kann gleich mal gucken. Das wäre natürlich auch noch denkbar. So, nee, warte. Das ist auch noch denkbar. Ja. Das erklärt es natürlich. Früher, ein Kumpel Alkohol macht gleichgültig. Mir doch egal. Sagt doch von der Rolle. Moin, Hallöchen. Ein Gefrierschrank. Oh. Wie nice, bitte. Wie cool. Ein Gefrierschrank. Das ist natürlich sehr... Ein Generator. Erlaubt es dir? Okay. Erlaubt es dir, unabhängig von deinem Stromanbieter zu werden. Verschlingt Kraftstoff wie ein Monster. Okay. Disco-Schalter. Einfach nur zum Spaß. Disco lebt. Betanke. Fülle ihn mit Kraftstoff auf und er wird automatisch aller Generatoren im Raum versorgen. Alter, nice. Ja, was gibt's denn hier für geile Sachen jetzt? Waterloo 1815. Dieses Wunder der modernen Technik kann Wasser für dich sammeln. Bewässerungsgerät. Fülle es mit Wasser auf und es wird automatisch alle Pflanzen im Raum bewässern. Jagdkleidung. Erlaubt es dir, ein besserer Jäger zu sein, benutze sie im Wald. Leinen. Eins deiner unbezahlbaren Gemälde. Der will mir wohl wieder irgendwas bestellen. Braucht Seriennummern. Oh. Diese Pole, bekannte von mir, hat es nach drei Versuchen aufgegeben, das Sitzmöbel verlassen zu wollen. Es hat sich dann erstmal ein Stündchen auf selbigen langgemacht und gechillt. Uh. Sofa. Teppich. Okay, das war's. Und die Werkbank haben wir jetzt auch auf Maximum. Das war das Maximalste, was geht. Also einen Gefrierschrank will ich halt definitiv. Also eigentlich will ich alles von dem, was es da gibt, aber hey. Wie stellst du denn Treibstoff her aus Rohöl in der Raffinerie? Das machen wir schon. Hier ist meine Raffinerie. Der Eismaster öffnen. Alter, der ist sehr groß. Hallo. Das geht da nicht rein? Doch. So geht es da nicht rein. Heiliges. Brauch halt den Kühlschrank nicht mehr. Wenn man mal ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, brauche ich den Kühlschrank nicht mehr. Das ist so krass viel, was da reinpasst. Uns wird halt nicht schlecht. Nein, 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 nein. Spät. Ähm. Zugang zu einer... Du hast also Zugang zu einer Ölquelle? Ja, ja. Aber also in der Mine. In der Mine wird das abgebaut. Wenn ich die mit Treibstoff befülle. Nicht hier bei mir zu Hause. Ähm. Ja, krass. Heißt das Wasser einfrieren? Yay. Ähm. Die Frage ist... Muss ich Essen da haben? Also... Weißt du, was ich meine? Fällt dem das auf, wenn ich kein Essen da habe? Das ist egal, Bad Wolf. Ja, ja, das passiert. Also das ist vollkommen irrelevant, wann du mal bei irgendeinem Streamer reingeguckt hast. Oder so. Ähm. Subgifts können sehr random sein. Das spielt ja nicht die Rolle. Alter. Das ist halt mega. Na, geh da rein jetzt. Du. Okay. Hm. Aliens aus seinen Socken Raketentreibstoff hergestellt. Läuft. Läuft. Das Essen ist nicht gut? Was? Wie, das Essen ist nicht gut? Leveler. Was ist passiert? Sie nimmt Orangen heute. Der Gourmet nimmt Salzgurken heute. Joey hat wieder Munition. Und sie nimmt Altpapier. Okay. Und sie nimmt Altpapier. Das heißt, Altpapier... Schlecht gekocht. Das ist schlecht gekocht. Schlecht gekocht. Naja, das passiert. Vielleicht findest du auch nur du, der ist schlecht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Nee, im Kühlschrank ist ja jetzt gar nichts mehr. Sondern nur noch hier. Oh, dann sollte ich die vielleicht verarbeiten heute, oder? Dann sollte ich das vielleicht noch einlegen. Noch was new? Hallo, Marek! Ernstfall! Hallo, na? Wie viele kann ich denn machen? Vier, ne? Vier kann ich noch machen, glaub ich. Kann ich die eine Gurke gleich mal wieder wegbringen? Hallo, Baldur. Schon guten Abend. Ich hab nur ein Wasser einstecken. Scheiße. Oh, jung, ey. Dieses Hin- und Hergerenne. Immer an alles denken ist so furchtbar. Äh, Kuga. Vielen, vielen, vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den zweiten Monat im Kokon. Deine Gummizelle hat sich vergrößert. Du hast mal Platz. Schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit. Deine Gummizelle machst du darauf vermutlich viel nimmeln. Dankeschön. Baldur, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Spiel Iris and the Giant. Weiteres Spiel auf meiner Liste mit nicht gespielten Spielen. Toll, Wallen. Oder so. Es ist ja... Was? Lieb der Präsident diesmal ist er ein linkes Profi. Ach so, wieder neue Briefmarken. Und irgendwie immer dieselbe Briefmarke. Ey, wieso gehen nur drei? Ah, ich hab falsch gerechnet. Äh, 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 alles gut. Es gehen nur drei. So, verkaufen wir jetzt die schnell noch an den Gourmet. So, dann gibt's nochmal ordentlich Asche. Hallo, Andi. Was und viel zurückziehen? Halt es halt, äh, mir gerade mit, dass ich zu lange bewegungslos auf dem Bett saß. Na dann. Bad Wolf, ich wünsch dir, äh, noch einen angenehmen Abend. Vielleicht, äh, quatschst du ja mit der... Na, weiß ich nicht. ...Kimmergenossin. ...und läufst ein bisschen durch den Raum oder so. Bye-bye. Die Musik ist vom Spiel. Brenn sie. Musik kommt vom Spiel. Cyber Wizard, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für drei Monate. Ähm. Du bekommst Licht in die Gummizelle. Musst noch ein bisschen auf Nichthalt erwarten bis dahin, dass Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Dankeschön. Dankeschön. Nice. Hm. Die ist total cool. Ich finde die super passend. In der Oberfläche sind ja gar keine Zombies. Nein. Gibt's auch keine Zombies mehr. Kein Zombiespiel. Kein Zombiespiel. Geil. Geil. Erstmal gefrorenes... Ein gefrorenes Steak. Direkt aus dem Gefrierfach fressen. Ja. Das ist halt richtig geil. Om nom nom. Na toll. Stream hanged. Hotel Internet ist einfach nicht das wahre. Hm. Ja. Das glaube ich gern. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt so eine Bewässerungsanlage bauen würde, ne? Ah, kann ich gar nicht. Oh ja. Da fehlen mir die Teile noch. Das ist nicht schön, Andini. Na was nö? André. Vielen, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 13 Monate. Äh... Es schweben zwei wunderschöne Wandregale durch deine Gummizelle. Entscheide an welche Fände sie sollen. Und bestücke sie mit Alley Deco. Dankeschön. Wieso, wenn der Axt am Eingang steht. Ja, oder? Der ist ein guter. Marek. Das ist ein guter. Ja, Mr. Prepper ist ein guter. Alle hier mögen den. Achso, ich wollte noch mehr Bären... Also mehr Fallen eigentlich bauen, ne? Auch vergessen. Ach ja. Hallöchen, Stammzellenforscherin. Missionen hatte ich gekauft. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich kann eigentlich nur bis abends warten. Und dann müssten wir mal... mit Joey ne Runde quatschen. Vielleicht geht da ja inzwischen wieder was. Wär doch mal was. Wär das doch. Ähm... Jetzt würde mir, glaube ich, zwei davon gern mitnehmen wollen. Weil wir eventuell in die Wüste fahren. Dein Ziel, ja. Die Flucht. Wir wollen flüchten. Was? Der Goal ist zu flüchten. Was? Landern. Klasse Spiel. Sehr unterhaltsam gespielt. Dankeschön. Ah, gerne. Vielen, vielen, vielen Dank für die Tonalers. Sanja, danke für den zusätzlichen Support. Vielen, vielen, vielen Dank. Freut mich, wenn es gefällt. Ja, wir wollen flüchten. Das ist das Ziel. Das große Ziel ist abhauen. Weg von hier. Warum seid ihr denn eng gesperrt? Ja, ist halt das System. Irgendetwas Merkwürdiges geht hier vor. So ganz genau wissen wir das auch nicht. Noch nicht. Wird mit einer Rakete geflüchtet? Ja, weil es mit dem Auto nicht funktioniert hat. Die Flucht mit dem Auto hat leider nicht funktioniert. So, das packen wir jetzt hier rein. Jetzt machen wir noch ein kleines Nickerchen. Achso, dann müssen wir Treibstoff holen, den ich eigentlich gleich mitnehmen können. Bibi, Andi, ist jetzt besser. Nehmen wir erstmal den ganzen Treibstoff. Einfach. Bewegt sie ja. Sprechen kann sie auch. Wow. Welchem Raum werden die Menschenhappen gelagert? Psst, wir reden nicht darüber. Trüben, in den goldenen Westen ist alles besser. Ja, das passt hier nicht so ganz. Ja, das hier ist nicht... Das hier ist ja Merikaville. Ach, scheiße, ich muss das Ding ja erst reparieren. Oh, ich habe es kaputt gemacht. Oh nein, wie belastend. Ich erinnere mich. Ich habe es kaputt gemacht. Ich erinnere mich. So, warte. Mal kurz mit ihm reden. Vielleicht ist ja inzwischen irgendwie... Hi. Schön, dich wiederzusehen. Die Gerüchte über die Radiosendung aus. Du weißt, aus dem Süden gehört. Nein. Aus dem Süden? Meinst du Mexiko? Ich habe diesen Namen schon eine Weile nicht mehr gehört. Sogar ich habe teilweise die Propaganda der Agentur in meinem Blut. Ja, Mexiko. Es gibt Gerüchte, dass Leute ein Radiosignal empfangen. Es ist aber zu schwach, es zu verstehen. Ich habe es mit meinem Radioversuch und etwas empfangen, konnte aber auch nichts verstehen. Aber ich glaube, dass es keine normale Radiosendung ist und sich die Nachricht wiederholt. Ist das, was wir im Wald hören, oder? Eine Übertragung aus dem Ausland? Aufregend. Vielleicht können wir versuchen, mit dem Auto ein besseres Signal zu bekommen, indem wir in die Wüste südlich von hier fahren. Das habe ich mir auch gedacht. Aber das Problem ist, dass das Radiumauto kaputt ist. Ich könnte es mit ein paar anständigen elektronischen Teilen reparieren. Ich habe herausgefunden, dass ich schon alle Teile für andere Projekte aufgebraucht habe. Gibt es Aluhüte in dem Game? Ja, wir haben ihm eingebaut. Und er hat auch sein Haus komplett mit Alufolie ausgekleidet. Hi, Herr Gartes. Würdest du mir ein paar anständige elektronische Teile besorgen, damit ich das Radio reparieren kann? So, werde ich versuchen. Fünf. Naja, gut, fünf. Gott sei Dank. Hier, komm. Fünf habe ich eben. Hey, Joe. Habt ihr ein paar elektronische Teile mitgebracht? Schau mal. Das sollte passen. Werde das Radio ins Auto einbauen. Willkommen später zurück. Okay, das heißt, wir können heute nicht fahren, oder was? Oder können wir heute doch noch fahren? Prohe jetzt fahren. Nicht genügend Treibstoff. Warte mal. Warte. Gehen. Ja, doch, wir können noch. Dann fahren wir doch mal ein Stück. Gott, wie ging das? Mit Rechtsklick. Beschleunigen, wenn was kommt. Und irgendwie Leertaste für... Ausweichen. Wir haben die Antenne schon. Soll das so? Sollen wir die schon haben? Schon sehen? Okay. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Gleich kann gerade nicht. Moment. Ich muss hier gerade ausweichen. Gerade ein bisschen konzentrieren. Äh, ich bedanke mich dann gleich. Ganz, ganz doll. So. Sekunde. Pause. Pixelated Grey. Vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Plauschraub. Bitte mach es dir in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon gemütlich. Für Spaß in den Gemeinschaftsräumen und trage stets in das Handtuch zur Verteilung bei dir. Dankeschön. Leben im Luxus. Geil. Erstmal eine 5-Minuten-Serene. Mega, Andi. Lass es dir schmecken. Belegtes Fladenbrot mitgebracht. Söderstream. Oh Gott. Einfach zu nah an der Realität, ja. Nun. Nun. Ein bisschen, ja. So, pass auf. Jetzt hätte ich gerne, weil das sind wieder die hässlichen Schlangen und ich habe die Schlangen. Diesmal erschieße ich die einfach, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock. Was? Einen sagenumwobenen Trugbildern oder was? Dass hier wieder anders aussieht. Ja, es ist halt jedes Mal anders. Wüste soll so jedes Mal woanders hin. Treibstoff. Essen. Sollen wir in der Kiste? Auch nicht so geil. Und dann mal Treibstoff. Hier wird noch irgendwas nötig. Dann hinten, dass da was glänzt. Ist auch egal, ne? Guten Abend, Ragnar. So, vorwärts fahren. Oh nein, ich fahre wieder im Dunkeln. Nicht gut. Das wird wieder scheiße. Oh, wieso mache ich das? Oh, wieso mache ich das? Ich tagsüber fahren sollen. Ich hasse das. Oh Gott. Bitte diesmal nicht die Karre schrotten, wenn's geht. Puh, sehr gut. Mit den Schlangen kann man die nicht essen. Ab und an gibt's ein Schlangenfleisch. Ab und an bekommt man Schlangenfleisch. Nee, warte mal. Für dich brauche ich... Ich mache ich mit der Axt weg. Nur Schlangen sind scheiße mit Axt. Auf. Hm. Ruhe. So, ist da noch irgendwas? Wie verwirrend ist denn diese Wüste? Ich könnte schwören, dass ich diesen Ort schon zweimal gesehen habe. Ja. Frankfurter Flughafen kann auch sagen, da könnte was dran sein. Was, 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 was? Was, 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 was? Moment. Ich muss lesen. Das Flugzeuge Gase über Ergase ausgeschlossen, mit denen wir manipuliert werden sollen. Warum Hautraubehunde? Das sind Wölfe, beziehungsweise hier vielleicht so Koyoten in der Wüste. Hier finde ich Wölfe jetzt irgendwie nicht so passend. Und die wollen mich nun mal anknabbern. Und ich finde es nicht geil, dass die mich anknabbern wollen. So ehrlich darf ich ja wohl sein. Sehr geil, Radio. Nice. Darf ich da nicht rein, oder was? Nee, das ist alles, was ich hier finde. Okay. Cool. Hm. Ich glaube, wir sollten nach Hause fahren, oder? Noch lange kein Grund, sie zu hauen. Was? Wenn die mich fressen wollen, soll ich die nicht hauen? Doch. Die wollen mich fressen. Ich will nicht gefressen werden. Fort Observer, erzählt ihr mir was dazu? Hey, Joe, ich habe eine wichtige Frage. Weißt du, wo die Militärbasis Fort Observer genau liegt? Sag das mir jetzt. Weißt du, wovon du redest? Kumpel, ihr werdet einfach nicht... Ja, okay, alles klar. Er will immer noch nicht. Er vertraut mir noch nicht genug. Alter, also jetzt war im Ernst. Also, wir haben jetzt halt schon so viel durchgemacht inzwischen. Aber vermutlich muss ich erst die Quest mit dem Radio hier mit ihm erspenden. Hi, Seidam. Die wollen nur schnuppern. Das glaube ich aber nicht. Ja, ja, ich lege mich gleich schlafen. Ich will dich. Oh, 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 oh. Warte mal, erst mal aufladen. Die Generatoren gehen gleich aus. Hm. Habe ich Wasser überhaupt nicht? Ich habe kein Wasser einstecken. Halt, 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 runter. Hallo, mi, mi, mi. Natürlich, was auch sonst? As always. As always. As Kohlekraft... Holz. Noch besser. Verfeuere einfach Brach. Holz. Geil. Da guckst du, hä? Und, was willst du jetzt tun, hä? Äh, so, warte mal, das packen wir hier rein. Muss eigentlich die ganzen Sachen auch auseinandernehmen. Schaff ich nicht, da gebe ich vorher um. So, jetzt aber schlafen. Das wird sonst zu knapp. Habe ich viel verpasst in den letzten zwei Stunden. Naja, wir kommen mit Joe langsam vorwärts, seitdem. Und ich habe das Guarana weggebracht. The Way of the Meat Eater. Und das für eine Errungenschaft. The Way of the Meat Eater. Na, was nu? Softblocken? Was? Keinem Tor. Vielen, vielen lieben Dank für den Recept. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für 25 Monate. Kümmere dich bitte gut um Toppflanzer Helmut. Hallöchen. X-Haus als Dünge verbraucht, neues Recycling. Meinst du? Andi. Andi, danke für das Zwangsverflaschen von Marek. Marek ist damit im 10. Monat im Kokon und bekommt eine Klimaanlage für die Gummizelle. Vielen Dank. Hallöchen, E-Tro-Skipper. Sechs Monate, was ein Joker. Ich glaube, jemand, der einen Follow da gelassen hat, entblockt ihn dann wieder. Aber der Follow ist dann weg. Ah. Okay. Oh, sechs Monate, alter Andi, du oller Übertreiber. Andi ist so ein oller Übertreiber, ey. Schlimm. Schlimm. Ich spare auch gerade beim Essen. Ich fünft Minuten Terrine. Mh, lecker fünf Minuten Terrine. Nom, 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 nom. Geil. Entschuldigung. Welches auch, also eine Fünf-Minuten-Terrine würde ich jetzt halt auch nehmen. Und ich hab, ich hab die da. Also es ist nicht so, dass ich keine Fünf-Minuten-Terrine da einschöne. Hm. Essen gehen. Ist ja alles zu. Ja, das ist schwierig. Wobei, man kann in vielen Restaurants bestellen und einfach abholen. Also das finde ich zum Beispiel übrigens was sehr, sehr Geiles. Ja. Endlich kann man ganz, ganz, ganz doll viele Restaurants, also wirklich gutes Essen, ja. Die jetzt auch, wo man bestellen kann, das abholen kann oder die sogar liefern. Das ist halt mega geil. Ich find das richtig gut. Wenn man die sechs Minuten lang ziehen lässt, explodiert dann was? Ja. Ja, ja, Marek. Das darf man auf gar keinen Fall machen. Das ist ganz fatal. Also sobald du über die fünf Minuten, das wird dann auch richtig kritisch, ne? Also, ähm. Sobald du über den fünf Minuten bist. Da musst du aufpassen. Im Zweifel, äh. Atomexplosion, ne? Ist klar. Ein Kind. Sack tot. Alle. Alle. Leben komplett ausgelöscht. Hm. Euch gerade alle in der Hand. Gott, Anni, bitte. Ja? Bitte. Mach es richtig, Anni. Juni, warte mal. Das ist leer, ne? Ja. Ja. Die Frage wäre übrigens auch, wie viel Strom eigentlich der Gefrierschrank zieht. Vermutlich ziemlich viel, aber ich kann den ja ausschalten. Hm. Was soll denn? Wieso? Hm. 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 Saurei in der Küche. Hm. Ein Kind. So. Öffnen. Alles. Laden. Öffnen. Okay. Äh. Da läuft die erst mal wieder. Mickerchen. Hm. Letzter Haus nach Haus. Bei der Kontrolle kostet es richtig Geld. Wisst ihr? Dein Onkel hat es probiert. For science. Gott hab ihn selig. Oh Gott. Pfff. So. Alles klar. Ähm. Dann wollen wir mal, wa? Auf zu Joe. Ach so. Es ist 21 Uhr. Ach, das war gemeint. Es ist 21 Uhr. Bis sechs, weil ich auf dem Kanal von Writing Bull gestoßen bin. Und ich irgendwann von Raupe gehört. Bei Spiele entdeckt. In der Community von BB hab ich ein paar Leute. Die mir dann die Loot-Shooter gezeigt haben. Und jetzt zocken wir zusammen. Nein. Laufen da noch die Überlegungen? Weiß ich nicht. Da musst du Marek fragen. Ob da noch was. Eigentlich. Marek, wir haben das nächste Meeting bei dir vereinbart, ne? Marek. Hi Tom, mein wunderschönen guten Abend. Super Sonne, Kalüchen. Die ersten fünf Minuten Terrain aus dem Verkehr ziehen musste, weil die Leute noch nicht wussten, wie man damit umgehen soll. Werden jetzt von Herrn Musk als Antrieb für seine Raketen genutzt. Ja, ist richtig. So, pass mal auf. Wir machen mal eine kurze Pause. Hab's nicht vergessen. Nee, alles gut. Ich hab auch, also ich hab ganz ehrlich, äh, es ist, äh... Also, wir können uns da gerne mal wieder zusammensetzen, aber es ist auch gerade nicht so schlimm. Ich hab so viel um die Ohren. Nun. Dir geht's vermutlich ähnlich. So, wir machen mal eine kurze Pause, ja? Ein paar Minuten. Ein paar Minuten. Ich schick euch in den Pause-Screen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So. Wieder da. Steve, your headshot. Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. So. Momentan, äh, vollgestopft mit Arbeit. Weil einigen nach dem anderen rausgeht, ist so ausgeschwärts. Ja, es ist halt... Es ist halt schwierig im Moment, Mareke. Deswegen alles gut. Kein Stress. Groß, kein Stress. Hm. Bester Pausen-Screen auf Twitch. Ah. Wie dieses LOL auf Amazon Prime angeschaut habe. Was? Dieses LOL? Werktagssport zu treiben nach der Arbeit. Tut aber echt gut trotz alledem. Ja, tut es. Aber Karl-Lüchen, schönen guten Abend. Nicht klippen. Hm. Gelesen ist gelernt, oder nicht? Danke übrigens für die ganzen Bibliothek. Hallo, Theo. Läuft sehr gut. Es läuft sehr gut. Traumhaft ist das. Traumhaft. Traumhaft. Ah. Hm. Comedy-Kram, meine ich. Ach so. Das kenne ich noch gar nicht. Das kenne ich nicht. Gar nicht. Ich kriege nichts mit. Ich kriege doch nichts mit. Läscherlöchen. Ich kriege doch nichts mit. Nee, nicht das Spiel. Laertes. Nicht das Spiel. Es geht gerade nicht um das Spiel. Ja. Ja. Wir fahren wieder eine Runde. Hallo, Lenti Polaris. Guten Abend, äh, kleiner Kolibri. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen hier auf die, äh, ich will ja fast Straße, aber auf den Schotterweg konzentrieren, weil ich muss ja ausweichen, sonst geht mein Auto kaputt. Und wir wollen ja nicht, dass mein Auto kaputt geht. Roppa. Na? Pashti. Einen wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für den Raid. Ich muss mich hier gerade ganz kurz ein bisschen auf den Schotterweg konzentrieren. Äh, schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Stream. Wie war Enlisted? Du hast Enlisted heute gespielt, ne? Glaube ich. So, jetzt kann ich. Hallo Lissano, hallo Dani, hallo Ulitsch. Loll auf Amazon, super. Ganz Twitter war bei mir voll damit. Okay. Dim, dim, dim. Hallo Neo, schönen guten Abend. Äh. Du hast genial, haben wir eben zu Ende geschaut. Bestenfalls ein Krampelfahrt, ja, bestenfalls. Hallo Malthus, einen wunderschönen guten Abend. Last and Laughing, okay. Ach ja, ah, jetzt weiß ich, ja, 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 jetzt weiß ich, was es ist. Bisschen Nubi durch die Gegend gelaufen, teilweise sogar überraschend gut. Teilweise sogar, was du warst überraschend? Also dein Skill war teilweise überraschend gut oder das Spiel? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie war, egal, gut. Danke für den Followern. Das Spiel mag ich sehr, weil ich war überraschend gut. Okay. Leute, die bei Basti waren, was sagten ihr jetzt zu der Aussage so? Also nicht das mit dem Spiel, aber das war ein Schöcher. Sagen wir seiner Meinung nach entsprechend gut. Sie sagen einfach gar nichts. Bis auf Dani, der ist der Einzige, der sich traut. Ulitsch enthält sich. Ja, du warst bestimmt richtig gut, Basti. Na klar. Was, die war richtig krass. Hi, Planet Crusher. Schönen guten Abend. Oh, was ist denn das? Alter. Das ist aber auch dein Glück, dass du das, ne? Also, dass du da mit der Maus mal drüber hoberst. Das siehst du ja sonst gar nicht. Ach, sein Matchmaking-Rating nach. Aber seiner Meinung nach sowieso auch, ja. Entschuldigung, ich kenne solche Abkürzungen nicht. Ich spiele ja keine Shooter, deswegen... Hm, schwierig. Ich sag nur Clips. Habt einen schönen Abend, ne? Danke. Danke, Basti. Du auch. Seine Entzündung gegönnt in beiden Armen. Ach, du Scheiße. Das ist halt richtig assi, ne? Ufi. Mir ging es mal ähnlich, aber ich hatte Karpaltunnel-Syndrom in beiden Armen. Das war auch richtig scheiße. Heute weiter in die Wüste rein. Ja, so weit, wie ich halt komme, ne? Ehrlich gesagt. So weit, wie ich halt komme. Würde ich gerne in die Wüste fahren. Aber es ist ja schon wieder, ne? Das ist halt immer hier die... Eine Zeitfrage am Ende. Basti war legendär. Na klar. Game interessiert mich. Noch nicht dazu gekommen ist zu schauen. Mr. Prepper. Ja, also es ist echt ein gutes Spiel. Also wirklich. Ähm, wir sind... Ich bin schon ziemlich weit, glaube ich. Ich bin inzwischen, glaube ich, echt schon ziemlich, ziemlich weit. Ah, ist ein geiles Spiel. Mit dem Ding echt Spaß. Sonst würde ich es nicht ständig spielen. Sachen aus dem Inflaschen. Achso. Äh... Ja, nee, kannst du auch. Ja, ja. Ich kann dann auch Sachen aus dem Inventar durchlaufen. Kann ich. Carpal-Syndrom ist aber Hand... Ja, 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 ist es. Aber das zieht in den kompletten Arm. Also, ja, ne? Also der Nerv, natürlich. Der Nerv ist hier unten. Also das Carpal-Tunnel-Syndrom ist hier, ne? Da drin. Aber das zieht durch den kompletten Arm. Das kannst du halt... Also, ich hatte es. So, deswegen kann ich das sehr sicher sagen. Das war nicht schön. Das war alles andere als schön. Das habe ich schon häufiger mal im Stream erzählt. Wo sie mir dann beide Arme eingipsen wollten, die Vollidioten. Weil sie dachten, es wäre eine Sehenscheidenentzündung. War aber keine Sehenscheidenentzündung. Ganz schwierig. Das war ganz schwierig, sage ich euch. Frau Doktor, hören es nicht übertreiben. Ja, das ist richtig so. Ne, ne, das ist wirklich... Also, da musst du echt hören. So scheiße das auch ist, ne? Ich verstehe das ja. Man hat da eigentlich keinen Bock drauf, aber... Da sollte man wirklich hören. Kannst du bitte das jetzt aufsammeln? Dude. Okay. Ähm... Kissen einfach wieder hinstellen zum Stehenlassen. Geht nicht. Hä? Ach so, ja, aber du hast doch hier den Mülleimer. Also im Zweifel kann ich die wegschmeißen. Co-Bredge, danke fürs Zwangsverflauschen von Feo. Feo ist damit im zweiten Monat im Kokon. Und kriegt eine vergrößerte Gummizelle. Und kann sich eine Sitzgelegenheit in die Gummizelle schieben. Muss ich jede Nacht an beiden Armen eine Schiene tragen, um die Nervenkanäle zu entlasten. Hab aber keinen Bock auf OP. Das ist also dauerhaft, das ist ja aber auch kack. Also bei mir hat sich damals rausgestellt, dass das Karpaltunnel-Syndrom durch die Schilddrüse kam. Ich wusste eigentlich schon relativ... Also ich wusste mit zwölf, glaube ich. Zwölf oder mit vierzehn habe ich erfahren, dass ich eine kaputte Schilddrüse habe. Und hab dann falsche Tabletten bekommen. Also die haben das falsch diagnostiziert. Hab dann die falschen Tabletten genommen, über eine ganze Zeit lang. Dann hab ich die irgendwann... Hab ich aufgehört, das zu nehmen. Und dann irgendwann kam das mit dem Karpaltunnel-Syndrom. Und da hat dann mein Hausarzt, nachdem halt Krankenhaus totalen Shit gemacht hat. Ja, also ich bin halt in die Notfallaufnahme, weil ich konnte halt wirklich... Also es war ganz, ganz schlimm. Es tat richtig doll weh und ich war taub. Also ich konnte es auch nicht mehr bewegen und es war alles ganz, ganz schrecklich. Und die dachten, es wäre Sehnscheidenentzündung, weil halt typisch, ne? Du sagst ja dann, die fragen ja dann, was machen sie so beruflich? Und du sagst ja, Bürojob. Ja, da gehen die halt von Sehnscheidenentzündung aus. Und dann wollten die das gipsen. Und ach, also sie haben es gegipst. Und dann wollten sie den... Dann haben sie den anderen Arm gegipst, weil ich dann ein paar Tage später mit dem anderen Arm das gleiche Problem hatte. Und dann wollten sie mir beide Arme eingipsen, weil es halt nicht besser wurde. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht es, Freunde. Ihr gipset mir doch nicht beide Arme ein. Also wie soll ich denn... Also ein Arm ist schon schlimm. Aber ihr gipset mir doch nicht beide Arme ein. Und dann bin ich zum Hausarzt und der hat dann halt festgestellt, es liegt an der Schilddrüse. Also der hat Kapraltunnelsyndrom diagnostiziert, richtig diagnostiziert, dann auch behandelt. Und hat halt die Schilddrüse getestet, die Schilddrüsenwerte. Und die waren halt ganz, ganz schlimm. Ganz furchtbar. Und ja, seitdem Schilddrüsenmedikamente nie wieder Kapraltunnelsyndrom gehabt. Das war schön. Für die Sehnen in der Sehnenfach nicht gegeben. Band, das über Sehnenfach gespannt ist, aus irgendeinem Grund entzündet geschwollen. Meine Frage ist, wurdest du operiert oder nicht? Ich musste nicht operiert werden, nein. Nein, musste ich nicht. Hängt denn die Schilddrüse mit Hand-Arm-Nerven zusammen? Die Schilddrüse regelt alle deine Hormone. Die Schilddrüse ist so super wichtig für deinen Körper. Wenn mit der Schilddrüse irgendwas nicht in Ordnung ist, kannst du, da gibt es dann die merkwürdigsten Dinge, die passieren. Das Ding ist so wichtig. So. Hatte das umgedreht? Hatten Sehnschein entzündet? Die dachten, ich habe Kapraltunnel. Entzündeten Sehnen ist nicht toll. Oh, ja, stimmt. Die haben bei mir dann auch Strom durchgejagt durch den Arm, um es zu testen. Und das war bei Kapraltunnel nicht so schlimm. Also das hat man, es zuckt halt dann. Modellbau, gone noon. Aua, meine Ärmchen. Ja, und dann gleich übertrieben. Den Hormonhaushalt. Es gibt Hormone, die steuern Entzündungen. So sieht es nämlich aus. Da kannst du nämlich dann alles haben. Und meine Schilddrüse ist halt dauerhaft entzündet. Diese Krankheit nennt sich Hashimoto Thyreoditis. Liebe es, wenn ich das sage. Hashimoto Thyreoditis. Und es steht immer Wohlsein oder Gesundheit im Chat. Immer. Wie lange hast du... Oh, fuck. Wie lange hast du dafür geübt? Äh, gar nicht lange. Der Name ist ja nicht so schwer. So schwierig ist es nun auch nicht. Oh, was? Wieso? Was? Ah. Okay, ich fahre mir 100 Polycarra-Sport. Seit wann sind denn auf der anderen Spur jetzt auch Hindernisse? Das ist ja mal... Das ist ja ganz neu. Scheißen Dreck. Okay, doch noch geschafft. Nur für dich schreiben wir das. Das ist sehr freundlich. Okay. Okay. Oh, Army-Kiste. Okay, da ist Metall drin. Toll. Freue ich mich jetzt? Praktisch nie Metall kriege, oder was? Äh. Öffnen. Hä? Hä? Wieso macht er die Kiste nicht auf? Öffnen. Wäre einfach nichts drin, oder was? Okay, die Kisten sind leer. Toll. Da freue ich mich jetzt aber. Das ist ja mal übelgeil. Das war's. Dafür hat sich das jetzt gelohnt, oder was? Ich dachte, wir finden jetzt hier was total krasses. Von wegen. Seit ca. 72 Stunden sind Teile meines linken Armstaub. Ich glaube, das ist ein einklimmter Nerv. Seit 72 Stunden? Äh. Würfel mit der Faust verprügelt. Das war aber der erste Stream. Benutzt du auch die Antenne am Auto? Nee, nicht benutzen. Oh. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück. Auch schon. Regierung, Medizin, Erinnerung. Nicht. Samt unmöglich, irgendetwas Sinnvolles daraus zu machen. Ich muss es woanders versuchen. Oh. Okay, das ist neu. Manche Rücken leiden durch den Zahnschwein, aber wir heben lassen. Körper ist halt ein in sich verbundenes System. Ja, das ist richtig. Zähne sind auch so ein ganz krasses Thema. Ja. Korrekt. Jetzt bin ich betroffen. Hier, wo der Daumen anfängt. Europalette in den Rucksack gestopft. Ja. Mehrere. Also ich habe jetzt, ihr weiß gar nicht, ich habe hauptsächlich Kisten dabei. Und hier, guck mal. Geht alles. Oh, kein Problem. Nehme ich mit. Easy. 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 Ja, ich würde halt einfach, also nach 72 Stunden würde ich halt einfach mal zum Arzt gehen, ja. Also nur um das mal so beiläufig zu erwähnen, aber ich würde halt einfach mal zum Arzt gehen. Vielleicht bin ich da auch altmodisch. Oh, ei, 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 ei. Alter. Mist. Okay, einmal noch und das war's. Oh, Junge. Oh, Junge. Boah. Ja, schon nach 30 Stunden ist es immer, ja eben, das ist halt. Nun. Ach du Scheiße, was ist das denn? Schieß drauf! Schieß drauf! Schieß drauf! Eee, der. Oi, 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 oi. Okay. Eine Woche gewartet, war wohl gar nicht so klug. Nein, man sollte da auch nicht warten. Am Ellenbogen stoßen, oh, da hab ich mich auch, oh, ich hab mich letztens so böse gestoßen. Hier am, 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 ähm, also bei uns, ich weiß nicht, ob man das so, äh, wie nennt man diesen Knochen? Ist das der Musikantenknochen? Meine, meine Mutti sagt Mäuschen dazu. Hier. Diese Stelle am Arm. Oder hier. Oh, da hab ich mich ganz doll letztens gestoßen. Oh, 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 da kriegst du halt auch Zustände. Musikknochen. Okay, alles klar. Das ist ganz schlimm. Oh, furchtbar. Ich denke, noch eine Etappe wäre nicht weise. Wieso? So, alles wieder gut. Okay, nächster Versuch. Ehrende Schlange. Werkzeug. Reihe an Terroristenanschlägen. Hilfe an der Grenze. Müsst nicht leiden. Das Signal wird stärker, aber die Nachricht wird nicht verständlicher. Ich muss weiter. Hm. Der macht, äh, meine Musik, wenn man sich, äh, da stößt. Ja, definitiv. Ulnarisköpfchen. Darüber läuft der Nervus Ulnaris und das merkt man dann schön. Ja. Ganz genau. Das ist eine richtig miese Stelle. Richtig böse. Damals in der Schule ständig. Ganz, ganz schlimm. Ganz furchtbar. Ah, gut. Wow. Okay. Abgestürztes Flugzeug. Okay. Was ist denn das hier? Instant Nudeln. Internationaler Klassiker. Hält sehr lange, macht satt. Scheiße. Schwer. Kann ich Kisten in Kisten stapeln? Ich kann Kisten in Kisten stapeln. Geil. Nehmen wir mit? Nehmen wir mit? Was nehmen wir mit? Das ist eine andere Art der Kiste. Ich würde gerne gucken, was die... Ne, ich will die... Ach, mitnehmen kann ich sie nicht. Okay. Was war es hier, ne? Das Problem ist, es ist jetzt super spät schon. Unaris heißen doch eher so Endgegner in Diablo oder so. Ach ja, stimmt. Beim Auto geht es nicht wirklich gut. Da habt ihr recht. Ja. Ich sollte zurück. Fand es lustig. Ja, das ist aber nicht... Das ist nicht nett. Ist nicht wahr. Danke für den Follower. So, wir fahren nach Hause. Also, wir wären... Ne, wir wären sowieso nicht weitergekommen. Hätte Sprit jetzt gefehlt. Hey. Hey. Das Radio ins Auto eingebaut. Ich wette, dass es stark genug ist, um irgendwas zu empfangen. Kannst du dich in die Wüste wagen und die Sendung empfangen? Ich sterbe vor Neugier. Ich werde alles für dich aufschreiben, wenn ich was empfange. Ja, empfange das Signal. Wir haben es halt leider noch nicht so ganz geschafft. Jetzt kriegen wir erst die Quest dafür. So. Und ich habe noch 26 Munition. Das ist viel zu wenig. Brauchen wir erstmal wieder Munition. Ne, Quatsch. 100. Ne. Wir haben noch übelst viel Munition. Hä? Zeigt mir das so komisch an. Merkwürtel. Alles ist relativ. Relativ. So. Hier. Das packen wir jetzt alles hier rein. Zack. 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 Schawupp. Schawuppidiwupp. Achso. Hm. Äh. Das muss ich noch braten. Die sollte ich aufladen. Pille mitnehmen. Hast du die schon verbraucht? Ne, ich habe die noch nicht verbraucht. Wir können halt beim nächsten Mal einfach früher losfahren. Das Hauptproblem ist ja eigentlich eher, dass ich immer erst sonst wann in der Nacht losfahre. Also. Abends. Wie auch immer. Hm. 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 Weil die Pille würde ich ehrlich gesagt aufheben wollen, falls wir sie wirklich mal richtig brauchen. Hm. Ich weiß nicht, wie das ist. Dem Ding. Hm. 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 even. Oh, hier, hier nimmt es Salzgurken. Irgendjemand musste den Joke bringen, oder? In dem Fall war es Lady B. Musste kommen. Sorry. Alles gut. So, hier nacheben alles bewässern. Ebenfalls ernten. Oh, ich würde ihm gerne noch die Salzgurken andrehen, bevor der Cheve gleich kommt. Okay. Ah, Dinge auseinandernehmen. Muss bis essen. So, und ich muss meine Axt reparieren. Beziehungsweise reparieren ist sie ja nicht. Das heißt zerlegen und neu bauen. That's the way you go. Das ist mein Orthopäden. Warte, ich lese gleich. Angeblich fast fehlende Mannscheibe, wie der OIT mir erzählt hat. Doktor sagt, da ist noch genug da. Ich soll halt meine Muskulatur ein bisschen trainieren. Zu Hause habe ich gleich damit angefangen. Auf den Super breit gemacht. Ich habe nach TV geguckt. Ah, nee. Das ist so aber nicht gedacht. Nee, warte mal. Da, 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 da. Da hin. Wir haben da, glaube ich, noch was zu essen drin. Ja. So. Das nehmen wir. Der hat... Ah, hätte ich vorhin auch gleich kaufen können. Ah ja. Egal. Das zerlegen. Scheiße, wir haben jetzt sowieso nicht genug Treibstoff, oder? Wir haben da jetzt gar nicht genug Treibstoff, um nochmal eine Runde in die Wüste zu fahren. Man muss doch mit Sicherheit weiterfahren, oder? Scheiße. Falsch abgebogen. Hab mich verirrt. Das macht der häufiger. Muss einmal ganz voll machen. Okay. Ja, da wären wir wohl noch ein bisschen... Oh, nee. Eigentlich habe ich Treibstoff. 15 Kanister, oder so? Nee, das ist mehr. 20 eher. Das ist definitiv mehr als 15 Kanister. Nimm mal 20 mit. Mit der Knarre in der Hand, natürlich. Ist doch voll gefährlich, alles. Aber dann machen wir das vielleicht am nächsten Tag, weil das ist jetzt schon wieder voll spät. Ach, und ich muss ja die Karre noch reparieren. Das können wir noch machen. Wir können die... Wir können das Fahrzeug heute noch reparieren. Das wäre vermutlich sinnvoll. Damit wir das dann nicht morgen machen müssen, wenn wir losfahren. Gleich morgens losfahren, ja. Glaube ich nämlich auch. Ach, Mensch. Alter. Viele Gurken einfach. Warte, dann gehen wir die jetzt reparieren. Delift, moin. Lass dir schmecken. Om nom 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 nom. Guten. Kann ich das jetzt betanken, ohne loszufahren? Hä? The fuck is happening? Hä? Was passiert hier gerade? Verbotene Pizza? Wie? Verbotene Pizza? Ih, da steht fruchtig. Das habe ich nicht gelesen. So, jetzt passt das. Jetzt habe ich die wieder in meinem Inventar. Ah, es ist irgendwie ganz strange. Äh, es ist super strange gerade. Ist das gerade strange? Einfach. Okay. Ähm. Nach Hause. Slot packst, als du normal stapeln kannst. Ja, es ist aber super strange. Es ist, es ist sehr merkwürdig, Feeu. Sehr merkwürdig. Du musst zugeben, das ist zu weird. When is the dude coming again? Ähm. Wir werden gleich mal gucken. Er wird jetzt keinen Kühl damit, aber ist ja auch egal. Wir sammeln das jetzt. Wie ist das denn? Ähm. Auto nur betanken, wenn du danach auffährst. Ach so. Na gut. Dann ist das so. Das ist irgendwie doof, ja. Ein Stoßzahn. Okay. Den können wir an die Jägerin verkaufen. Oh nice. Und wir haben sie, äh, vertrauensmäßig gemaxzt. Und können jetzt epischer Köder, mit dem man sehr seltene Tiere fangen kann. Legendärer Köder, der sowohl schnell als auch effektiv ist. Was? Okay. Ja. Wieder vielleicht. Äh. Hat jemand Probleme mit... Also, ne. Ich mag keinen Pizza Hawaii. Aber das... Wenn das jemand anders ist. Solange das nicht im Kokon stattfindet. Ne? Mir ist das auch egal. So. Dann schlafen wir jetzt. Frühstücken am nächsten Morgen. Und machen direkt los, sozusagen, ja. Nein, das geht nicht. Cola Gold Krone. So weit kommt's noch. Frühstück. Um, num, num. Das war jetzt nicht sehr sättigend. Warte mal, da müssen wir nochmal ganz kurz runter. Ist mir jetzt egal, dass die Pflanzen Wasser brauchen. Ganz ehrlich. Weiß ich nicht, Schmie. 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 Das weiß ich nicht. Gut. Und, äh, Abmarsch, ne. Ja. Auf geht's. Hey, Hoshi. Geht los. Na, was? Na, was ist denn hier? Na, danke dir für den Reset. Ich kann gerade nicht gucken, welcher Monat. Ich, äh, ich werde mich gleich ordentlich bedanken. Vielen, vielen Dank schon mal vorab. Ich muss mich bloß gerade erst mal aufs Fahren konzentrieren. Ähm, das ist, äh, hier so eine Sache. Da sollte ich echt nicht in den Chat gucken. Sonst schrotte ich mir wieder die Karre und dann ist alles kack. Und wir schaffen es wieder nicht. Ich würde es heute echt gern schaffen. Okay. Ich würde es heute echt gern schaffen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, Schlange, was sonst? Dankeschön. Wie meine aussieht, Cola-Gold-Krone, die sieht man doch. Hier zum Beispiel. Das ist meine. Die sieht man auch im, im, im Pause-Screen. Da, aber tatsächlich farblos. Ja, mit Farbe. Mit Farbe. So. Ich lasse die Kisten liegen. Die nehmen wir diesmal nicht mit. Hm. Ist die Reinigungspache angestellt, der Funbird Selma. Links auf dem Tisch muss ich gleich gucken, worum es da geht. Ne, das ist ja Solar Stream, glaube ich. Den du meinst. Das ist kein Nasenspiel. Hat aber nicht gezählt, Gott sei Dank. Nehmen wir ganz kurz, äh, Antenne. Ja, ich glaube, ich muss die nicht beim ersten Mal benutzen. Also zumindest hoffe ich das. Ich muss, glaube ich, bis zum Ende fahren. Konzentration, Raupe. So, jetzt Chat. Darum kommt der nicht zu den Leuten. Irgendein Elektriker rum, was? Nein. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Sorry, mein erster Tag. Nein, alles gut. Kein Problem. Ich habe die Szene nicht so oft, äh, aktiv, tatsächlich. Arme Wauwies. Die wollen mich fressen. Bewegen arme Wauwies. So, wir können sie ja gerne nochmal benutzen. Hallo, James. Schraubendreher gesehen zu haben. Was, nein. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück. So, wir probieren. Rauschen, Regierung, Medizin, das kennen wir schon. Roppa. Das ist nicht neu. Lena. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Heiner. Vielen, vielen Dank für den Rate. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Ist Lena richtig? Hallöchen. Hallo, Heinz. Hallo, T-R-D-H. Hallo, E-Shani. Hi, Lea. Hi, Ketunz. Hallo, Helene, Lene. Hallo, Widups. Hallo, E-A-D-I-P. Hallo, äh, Kientaum. Hi, Glusel. Hi, Peldon. Hallo, Fadronaldos Herr Cut, glaube ich. Ist er richtig? Yay. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen grandiosen Stream. Äh, darf man fragen, was du Schönes gemacht hast? Hallo, Mr. Zedon. Herzlich willkommen. Hallo, Vanni Vanoli. Vanni Vanoli. Hi, Rundumdum. Rundumdum. Hallöchen. Sehr entspannt und romantisch. Dorfromantik gab es. Ah, I see. Hm, ich verstehe. Hier wird meine Annette begrüßt. Wir geben uns die größte Mühe. Oh, wieso nicht, Lena? Warum nicht? Komm schon. Herzlich willkommen. Ihr seht hier das Spiel Mr. Prepper. Wir sind schon ein bisschen weiter. Ich poste euch einfach mal kurz eine Short-Info in den, äh, in den Chat, äh, und erzähle euch, worum es hier geht. Wir spielen Mr. Prepper. Das ist dieser nette Mann hier, den man hier gerade sieht. Ähm, und, äh, wir, wir, äh, bereiten uns so ein bisschen auf den, äh, auf den Krieg vor und wollen eigentlich weg. Ja, also unser eigentliches Hauptziel ist zu flüchten mit einer Rakete. Ja, mit einer Rakete. Ja, wir bauen eine Rakete in einem Bunker. Das ist äußerst realistisch. Und gerade, äh, haben wir festgestellt, dass, äh, von irgendwo, äh, also aus dem Süden, wohl aus Mexiko, ein Signal gesendet wird. Und wir versuchen jetzt, dieses Radiosignal zu empfangen. Deswegen müssen wir ziemlich weit in die Wüste fahren und dann mit dieser Antenne, äh, versuchen, das Radiosignal zu empfangen. Das ist, was wir gerade tun. So. Oh, Brad, vielen, vielen, vielen Dank. Danke für das Zwangsverflausch von Lena, die damit im dritten Monat im Kokon ist und Licht in die Gummizelle bekommt. Allerdings noch ein klein wenig auf den Lichtschalter warten muss, bis dahin das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Dankeschön. Muss ein Flachärdler sein, wenn er mit einer Rakete fliegen mag? Äh, ja nun. Ist eine große Rakete, also so eine richtige, ne? Also nicht hier so eine kleine. Boah, ist schon, äh, ist schon ein Gerät. Kann ich dann zeigen, wenn wir dann mal wieder zu Hause sind. Jetzt müssen wir erstmal in die Wüste fahren. Tiefer in die Wüste. Die noch nicht wissen, was Ende des Jahres erscheint. Richtig, Uftschöke. Was ist mit dir? So. Lass uns mal weiterfahren. Mach das. Lass es dir schmecken, Lena. Vielen, vielen Dank nochmal und genieß den Abend. Entspann dich. Schönes Wochenende dir auch. Dankeschön. So, und hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ansonsten, äh, fahre ich gegen irgendwas und das ist nicht gut. Dann geht nämlich mein Auto kaputt. Und das versuchen wir möglichst zu vermeiden. Ah. Knapp. Ist der da? Das war gemein. Der ist, der ist, das, das konnte ich gar nicht, da, da konnte ich gar nichts gegen machen. How about fees? Da bin ich nicht dagegen gefahren. Ich hab nicht die Leertaste gedrückt. Das war gemein. Gemein. Der Gerät? Achso, vielleicht noch was zu mir. Wär, wär mich nicht, äh, wir sind ja vielleicht neue Menschen. Hallo, na, ich bin Raupe. Ich, äh, 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 komme aus Sachsen, aus der Nähe von Leipzig. Ähm, ich bin 31 Jahre jung. Ja, ja, jung. Ähm, ich streame seit 2014. 14. Scheiße, ist das lang? Fällt mir dabei gerade mal auf. 14 oder 15? Nee, 14, ne? Halt schon lange, ja? Äh, äh, und, äh, äh, mach das nebenbei. Also in meiner Freizeit. Neben der Arbeit. So. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wird das Wichtigste. Macht das. Viel Spaß, Lady Bean. Hab einen schönen Abend. Und die Ärzte schon längst wieder legt. Kann nicht rund sein. Weil man sonst links und rechts runterfallen würde. Wait, what? The Treasure, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für acht Monate im Guckern. Du bekommst Zugang zu deinem eigenen megaflauschigen Marmorfliesenbad mit Direktanschluss an die Gummizelle. Dankeschön. Ich kann aber auch ganz anders, Heinz. Also, ne? Wenn das, also, ich kann anders. Leipzig, 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 Leipzig. 30 geht stein weg ab, Ruhe. Ich hab dir das schon gelesen. Du bist 31 jung. Wie soll denn das? Ich hab dir das. Hörst du, ein Tischer, nicht wahr? Na klar, das ist ein Tischer. Äh. So. Wo sind wir? Hier ist noch eine Spanne. Machen wir die mal kurz platt. Gut. Sollen wir hier mal noch Stuff ein? Oh Gott. Was ist los? Klatschgleich. Oh, okay. Beifall. Äh. Freizweck. Mensch. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen. Ich schaue nie leer. Darf es dich, äh, darf es dich dank dir in ihrer gesponserten Gummizelle gemütlich machen? Äh. Zeige bitte die Gemeinschaftsräume. Oder ihm. Äh. Ne? Zeig dir neuen Frischflauschraube bitte die Gemeinschaftsräume. Äh. Und, äh, äh, denk an ein Assis-Handtuch zur Verteidigung. Dankeschön. 28 B. Wait, wäre das nicht C? Gieß Lothar. Eigentlich? Wir sind, glaube ich, alle jung. Genau. Alle. Eins vielen lieben Dank für den Follower. Wir sind alle jung. Junge Hüpfer. So, was haben wir hier? Sehr schön. Meins. Wir nehmen hier hinten das Essen noch mit, aber die Palette und den ganzen Scheiß... Alles klar. Die Palette und so lassen wir liegen diesmal. Ja. Gut. Weiter geht's. Ich bin seit Jahren 29. Mir wurde mal gesagt, dass ich keine 30 werde. Weil ich nur vor dem PC hänge. Ach so. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück. So, wir schauen. Regierung, Medizin, Erinnerung. Nee, nicht mehr. Okay. Immer noch nichts Sinnvolles. Dann fahren wir weiter. Ja, jetzt muss ich nochmal tanken. Eigentlich nicht, oder? Ah, wir fahren erstmal noch. So, ich muss mich wieder konzentrieren. Gebt mir einen Moment. Dann lese ich gern wieder Chat. Aber erstmal ganz kurz auf den Schotterweg konzentrieren. Oh Gott, jetzt wird's wieder anstrengend, ne? Jetzt kommen wieder so viele Hindernisse. Das ist doch scheiße. So, wenn der da runterfällt und direkt so ein Ding ist, kann ich nicht ausweichen. Da kann ich Leertaste drücken, wie ich will. Da passiert gar nichts. Das ist doch Mist. Ist das doch. Da flucht noch eins. Oh, geschafft. Gott sei Dank. Gut, im Zweifel müssen wir gleich reparieren. Im Zweifel müssen wir gleich einfach reparieren. Eine kurze Repair-Pause einschieben. Und dann geht das auch. Das geht. Geschwindigkeit regelst du nicht, oder? Nein. Nein. Am Kaffee verschluckt. Madas, ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Gute Nacht. Maustasten steuern. Vielleicht geht das besser. Ja, na, das Beschleunigen mache ich mit der Maustast, aber das andere halt mit der Leertast. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, ich habe die zwei Schilder schon gesehen, Fio. Also, wir haben das Stückchen hier nicht zum ersten Mal. Das kenne ich schon. Ich kenne das. Oh, was denn das schick ist. Oh, ein Gewehr. Oh, schwer. Nein. Oh, wie doof. Stärker, langsamer. Nützlich gegen große Gegner. Okay. Nützlich gegen große Gegner. Na dann packen wir das mal. Weil das vielleicht gar nicht schlau ist. Ähm, im Zweifel muss ich halt in den Schrott liegen. Oder das Wolfsfell. Na, was ist denn? Gold. Gold können wir eigentlich. Komm, hier. Gold weg. Ist egal. Ganz ehrlich. Ähm. Dann nehme ich hier lieber Treibstoff mit. In der Kiste noch. Das, das, das. Auf jeden Fall das und das. Das wiegt alles nichts. Hm. So. Sind ja noch mehr Kisten. Meine Güte. Hatte das Mufo bei mir in der letzten Stelle. Er nachtest dann. Ach so. Wohl von Abwehr kommt. Bestimmt. Gegenwehr vielleicht einfach. Mahut, vielen, vielen Dank für den Recept. Danke für sieben Monate. Du bekommst, ähm, eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und einen Sodastream für die Gummizelle. Vielen, vielen Dank. Nachtanken und leichter werden. Ja, aber, äh, ja, tanken kann ich halt nur, wenn ich, äh, weiterfahre. Also ich muss auf Weiterfahren drücken, sonst tankt er nicht. Das ist so der, der, der letzte Point. Jetzt benutzen wir erstmal wieder das Ding. Ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Ja, eine Schlange, Werkzeugreihe. Das wissen wir schon. Okay. Wir müssen noch weiter. Das müsste dann tatsächlich der letzte sein. Ich glaube, wir reparieren jetzt gerade. Mal. Ne? Repair. Das dauert halt jetzt eine Stunde. Müssen wir durch. Ist egal. Alt-deutsche Worten. Veri ab. Was so viel wie Befestigung oder Verteidigung bedeutet. Ne? Verin. Genau. Das dachte ich auch. Von dort wird es auch kommen. Blaubeerchen, Hallöchen. Gehweg. Nun. Ne, ne, äh, das wiegt nichts. Metall, also so Baustoffe. Das hier, das hier, das hier hinten, das wiegt alles nichts. Das wäre fatal. Wenn das hier was wiegen würde, wäre es richtig schlimm. Ne? Das wiegt nichts. So, dann. Weiterfahren. Warte das mal noch hier rein. Hm. Hm. Konzentration raufhören. Warte das mal noch hier. Sekunde. Sekunde. Untertitelung. BR 2018 Das ist das UFO. Wir haben das UFO gefunden. Ein UFO. Alles klar. Läuft. Läuft, Chat. Achso, warte mal. Ich sollte erst mal gucken. Erst mal die Kisten durchschwungen. Was hätte denn mit einem UFO gerechnet? Ähm, GZ. Danke. Danke. Sehr freundlich. Danke. Mhm. So, was ist da am Army-Köfferchen? Uh. Alles. Eins. Okay, hab ich jetzt hier alles? Das war's schon, ne? Das nehmen wir noch. Das nehmen wir noch. Geht der Treibstoff noch mit? Nein. Hab mir gedacht. Geht das noch mit? Ja, das war's. Okay. Krass. Alles klar. Das ist wahrscheinlich. Das ist allein. So, Antenne benutzen. Eine große Bremsscheibe. Achso. Jetzt hab ich ein gutes Gefühl. Versuchen wir's nochmal. Achtung an alle Bürger der Vereinigten Staaten von Murica. Eure Regierung belügt euch. Die ehrende Schlange ist kein medizinisches Projekt. Die ehrende Schlange ist ein Werkzeug für Bewusstseinskontrolle. Die ehrende Schlange führt zu Konzentrationsproblemen, Erinnerungsproblemen und macht euch anfällig für Manipulation. Wir vermuten, dass eine Reihe an Terroristenanschlägen in Verbindung mit der ehrenden Schlange stehen. Bürger der Vereinigten Staaten, rebelliert gegen eure Regierung oder schließt euch uns an. Wir haben Hilfe für euch an der Grenze. Ihr müsst nicht leiden. Achtung an alle Bürger. Die Nachricht wiederholt sich. Wow. Das macht alles Sinn. Verdammt. Das hört sich ernst an. Und anscheinend stimmt mindestens eine von Joes Verschwörungstheorien. Ich frage mich, wie er reagiert. Wie er reagiert. Shit. Fuck. So, okay. Alles klar. Zurück zu Joe. Scheiße. Was jetzt? Was jetzt? Macht das Teil heile Scheiß auf die Rakete? Was? Ach, das ist UFO. Ja, gute Idee eigentlich. Wäre viel besser. Also mir war das klar. Niemand hätte das wissen können, dass man ein UFO dort findet. Ausländische Radiosender. Natürlich. Noch einmal weiterfahren können. Ja, aber mein Inventar ist eh voll. Medikus. 179 von 180. Voll. So. Okay. Hey, Prepper. Übertragung empfangen. Ja, hab ich. Sie hat einen starken spanischen Akzent. Äh, ja. Ich habe alles aufgeschrieben. Kann dir das Wichtigste erzählen? Leg los. Bin gespannt. Im Grunde hat sie behauptet, dass die Ernteschlange ein Satellit für Gedankenkontrolle ist. Und das könnte so einiges erklären. Die Wellen. Ich hab's dir gesagt, Prepper. Zudem verursachen die Wellen Erinnerungsprobleme und Konzentrationsprobleme. Oh. Und sie sind angeblich für ein paar Terroristenanschläge verantwortlich. Das. Ich weiß nicht, Prepper. Ich fühl mich kaputt. Ich hatte schon lange Angst vor Gedankenkontrolle. Aber ich hab im Geheimen gehofft, dass es sie nicht gibt. Und jetzt weiß ich es. Und dieses Ding fliegt konstant über uns. Hatten die Mexikaner irgendeinen Rat für uns? Sie haben gesagt, wir sollen rebellieren. Oder über die Grenze fliehen. Ein Spaziergang im Park, stimmt's? Walk in the park. Verdammt, Prepper. Ich bin zu alt und zu schwach, um mit Chupacabra von ihr wegzugehen. Aber ich weiß, dass du sie überlisten kannst. Flieh über die Grenze. Und vielleicht kannst du sie von außen bekämpfen. Bitte, tu das für uns. Danke, Joe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Versprochen. Hey, sag mal, Joe. Ich hab noch eine wichtige Frage. Und ich glaub, du hast die Antwort. Kannst du mir denn jetzt sagen, wie ich zu Ford Observer komme? Der Militärbasis, du weißt schon. Irgendwo in der Wüste? Oh, du suchst nach Militärgeheimnissen, oder? Kann dir aber garantieren, dass es dort leider keine UFOs wie in Area 51 gibt. Und manche sagen, dass es dort spukt. Sei also vorsichtig. Ich werde es versuchen. Es gibt dort eventuell etwas, was ich brauche. Okay, Kumpel. Kann dir die Stelle auf einer Karte zeigen. So. Da ist sie. Ganzes Stück von der letzten Ortschaft weg, die du als Vorratslager nutzen kannst. Was zu einem anderen Problem führt. Die Strecke ist viel zu lang, um sie auf einen Hieb zu bewältigen, bevor ich um drei Uhr bewusstlos werde. Du bist schlau, Mr. Prepper. Ich würde auch sagen, dass es unmöglich ist, außer du schaffst es, wach zu bleiben. Ich glaube, ich habe da nie eine Idee, wie ich das schaffen könnte. Danke, Joe. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich glaube, wir haben da eine Idee. Benutzen, wenn man so weit draußen die Wüste fahren muss, um das zu hören, kann sie nicht besonders gut sein. Danke, Robbe. Danke für den Ohrwurm. Immer gern. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht, ich gebe mein Bestes. Teile von der Rakete gibt. Genau, mehr brauche ich nicht. Liegen in der Wüste rum. Keine UFOs. Nein, keine UFOs. Hallo, Tinkaming. So. Dann erst mal ab nach Hause. So. Schwupp. Na toll. Das ist übrigens unsere Rakete. Also zumindest das Gerüst steht schon. Das haben wir alles selber gebaut. Also den kompletten Bunker hier unten, das ist alles... Das war nicht von Anfang an einfach da. Das haben wir auch alles selber gemacht, nicht? Boah. Boah. So. Das Ding ist halt... Ähm, die wichtige Frage ist jetzt... Also ich habe ja die Pille. Ja, ich kann länger wach bleiben, dank der Pille, die uns Jenny gegeben hat. Ähm, das Ding ist nur... Ja, ich weiß. Ähm... Das Ding ist nur... Neunzehn. Ähm, das wäre noch... Also die Frage ist, brauche ich jetzt nochmal Treibstoff? Höchstwahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Sprit soweit reichen. Weiß ich halt auch nicht. Hier ganz kurz durchbewässern. Wirklich. 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 Amen. Ja. Tamara. Wirklich. Wirklich. vor allem hat er doch irgendwas von Zwischenlager erzählt, oder? also das verstehe ich halt auch nicht so ganz aber das klärt sich dann vielleicht noch auf wie das mit dem Zwischenlager gemeint ist, wobei, nee, warte mal, ich behalte mal noch das Wasser und wir müssen bestimmt gleich noch mal ließen du fährst da direkt hin ah, okay, gut, dann easy ey, warte mal, wann kommt denn der ach da, erst am 14 na, was nu? so dit vielen, vielen, vielen Dank für den Resub Dankeschön für 42 Monate im Kokon danke für den anhaltenden Support oh, ich glaube, du kriegst ne, kriegst du ne Fußbodenheizung kann das auch jemand verifizieren? aus dem Kontrolldude ja, nee, das haben wir, ja, das mit der Statue haben wir hingekriegt, das war ja aber der, der den Minutemen kontrolliert hat, der Lift nicht unserer Kontrolldude, also wir kriegen immer noch einen Agenten, der regelmäßig kommt immer mit lenken, oh Gott oh ja, die Fußbodenheizung, Gott sei Dank lag richtig nochmal angesprochen, weil ja noch ein paar dazugekommen sind ach so, ja, äh, morgen übrigens nur ausnahmsweise, ja, ich weiß, ihr seid's nicht gewohnt, aber morgen nur ein Stream, nur abends ich hab morgen tagsüber, äh, zu tun real life zu tun das heißt, äh, ja morgen nur abends nisch nur um's nochmal zu erwähnen so, warte mal, jetzt können wir noch ganz kurz handeln das verticken bei Joe Munition kaufen weil oh, und vielleicht Treibstoff, nee, eigentlich hab ich Treibstoff genug nicht kaufen müssen nehmen wir noch das hier auseinander real life, mein Beileid ja, eklig bei, wenn man 42 Monate die Antwort auf alles bekommt aber ja na Knie voll, bettel so schwupp, 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 schwupp ich hab grad sehr viel Stuff einstecken aber ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal können wir ernten ich frag mich halt so ein bisschen ob's gut wär noch Stuff mitzunehmen das wiegt 32 die Feldration ich weiß nicht, es gibt mir auch Plus 2 also so wie das da tja, schwierig wann kommt der Agent wieder in ein paar Tagen erst da haben wir noch Zeit das ist halt nicht also da das ist alles cool nur mal überlegen, ob ich wirklich die ganzen Sachen hier mitnehme also wir haben noch zwei Messer wir haben die Spitzhacke dabei ich weiß halt nicht, ob wir die brauchen wir haben zwei Granaten dabei die kann ich, warte mal die kann ich in den Rucksack packen glaub ich so, dann biegen die nämlich nicht ähm ja, es ist ganz ehrlich ich hab lieber mehr Stuff dabei als gar nichts achso, und jetzt brauchen wir ja noch Sprit auf jeden Fall holen so, wir nehmen wieder 20 mit keine Ahnung, ob's reicht das sehen wir dann gleich wir machen kein Nickerchen sondern drücken uns ein Energy Drink und gehen direkt hin achso, das ist ja direkt auf der Map ne das heißt hier vermutlich oder? ne ne ok, Moment vielleicht ans Fahrzeug und dann geht das sehen wir gleich zum Fortfahren reicht Konzentration Shit so hier das ist das ist kaputt ich das ist ich hier Na, was ist denn nü? Ich bedanke mich gleich. Ganz dolle. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren gerade. Sekunde, bitte. Scheiße, ich muss die Pille nehmen, oder? Muss ich die Pille jetzt nehmen? Oh, das war nix. Ich seh nischt. Ich seh gar nichts. Ich kann auch nicht... Nee, während der Fahrt kann ich ja nicht das Ding nehmen. Das geht ja nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ach, du Scheiße. Oh Gott. Au. Ah. Muss ja irgendwann passieren. Kann gerade nicht. Kann gerade nicht. Tut mir leid. Kann gerade nicht. I'm so sorry. Nein. Oh, ich trottel, ich trottel, ich trottel. Ja, der hat jetzt einfach die Pille, äh, von alleine genommen, ne? Höchstwahrscheinlich. Ah. Alter. Wann ist denn das endlich da? Oh Gott sei Dank. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Moment. Sekunde. Gar nicht. Scheiße. Scheiße. Junge! Okay, geschafft. Puh. Geschafft. Der Earl Ein wunderschönen guten Abend und vielen, vielen Dank für den Recept Danke für 55 Monate Danke für den unglaublich langen Support Du bekommst einen Schuh Einen so großen Schuh Vielen, vielen, vielen Dank Dankeschön Und Ricky, auch an dich Vielen, vielen Dank für den Recept Danke für 44 Monate im Kokon Ich glaube, du kriegst die Kaffeebohnen flat Glaube ich Vielen, vielen, vielen Dank Oh, wir haben es geschafft Sleeve and Creep, die Fahrt geht zur Militärbasis Fort Observer Wattenstress Oh, das war echt knapp, ey Das war so knapp Oh, die Kaffeebohnen flat war richtig sehr schön Wir sind die Nacht durchgefahren Wir sind die Nacht durchgefahren Geil Hat halt super funktioniert So, was ist das hier? Inspizieren Antenne ermöglicht das Empfangen von Radioübertragungen aus großer Entfernung Hier vorne ist aber nichts, ne? Also ist jetzt hier nicht irgendwie Dann gehen wir Richtung Fort Observer Okay Willkommen bei Fort Observer Ich bin Ellipse Die Sicherheits-KI dieser Basis Gott schütze den Präsidenten Bitte fügen Sie Ihre Zugangskarte ein Hm, warte Vielleicht funktioniert die hier Danke Überprüfe Status Identität bestätigt Willkommen im Fort Observer Mr. Prepper Bitte lassen Sie alle nicht autorisierten Gegenstände draußen Bevor Sie Fort Observer betreten Essen ist erlaubt Bitte legen Sie alle anderen Besitztümer in die Box In die Box Vermutlich, ne? Oh, kack Ich behalte einfach meine Patronen, ja? Achso, nee Essen ist erlaubt Hat er gesagt Und das, was ich Also, das fällt doch nicht auf, oder? Das ist okay, so, ne? Ich meine es mal im Ernst Das ist eine KI Das kriegt ihr doch gar nicht mit So Darf ich jetzt hier rein? Lass mich mal hier rein jetzt Ich habe alles, ich schwöre, ich habe alles abgelegt Bitte lassen Sie alle nicht autorisierten Gegenstände draußen Yes Hätte ja klappen können Okay Äh, dann das da Äh, und vermutlich auch Äh, das da und das da Und vermutlich auch die Granaten Essen ist okay, hat er gesagt Das heißt, Energydrink Da habe ich auch behalten Ist jetzt okay? Immer noch nicht Was ist denn Was ist denn Der Bergbauhelm? Alles ablegen Äh, wait, what? Ich darf nicht mal das Zeug mitnehmen? Ich jetzt? Ich habe gerade gedacht, du spielst Starbys Spacebase-Meinstrum Hey Alec, moin Zutritt gestattet Genießen Sie Ihren Arbeitstag in Ford Observer Gott schütze den Präsidenten Flugzeug Diese Kampfjets sind etwas veraltet Aber sie sind immer noch fit für die Über- für Überwachung und andere Beobachtungsaufgaben Bitte nacht, Kobold, schlaf gut F B M Wait, what? Ist jetzt hier irgendwas? Ah! Alter Oh Leute, das ist aber auch Eigen Steht vermutlich das gleiche, ne? Ja Was ist das? Benützen Äh Äh Ich Was auch immer passiert, ich kann mich nicht mehr bewegen Das Oh nein, bitte Bitte sag nicht, das Spiel ist gefreezed Nein Der Vogt, nein Oh please don't Nein Ich kann mich nicht mehr bewegen Das geht noch Also ich kann Oh Nein, leck mich doch Schnell speichert hast du Nein, man kann nicht Das Spiel speichert immer am Morgen Wieso? Oh Oh Why Also nicht neu laden Ja, dann darf ich Das Dann gleich alles nochmal machen Vielleicht sind denn was aufgeleuchtet Hier leuchtet überhaupt nichts auf Also hier Also hier, ja Klar Bei meinen Quests Das ist aber auch alles Ach nö Oh nö Komm schon Nein, ich kann das Bild nicht bewegen Kann gar nichts Kann ich raus Scrollen Ich kann nicht Ich Ne? Ich drücke hier alle Tasten wild Ja Es passiert nichts Habe ich auch schon probiert Medikus Also zumindest habe ich Ja, das könnte natürlich Warte mal Nein, nein, ändert auch nichts Das ist halt super Also hier Können wir denn Wenn ich hier Keine Ahnung Einfach mal die Auflösung ändere Das bringt es doch dann bestimmt, oder? Oder immer Rennen ausmache Schade Andere Tasten zuweisen Ja, weil es vor allem an den Tasten liegen wird Der Lift Es wird halt einfach nicht an den Tasten liegen Guten Abend, Joey Tschüss Versuch da, Leute zu helfen Drei Uhr warten und hoffen Die Tastatur anschließen Ja, na klar Die ist, ja Obvious Die Tastatur ist kaputt Klar Der Fuck Morgens gespeichert wird Hat er doch Oh, du könntest recht haben Captain Obvious hat wieder zugeschlagen Wir probieren das jetzt einfach Das kann halt sein Wir sind ja die Nacht durchgefahren Mit viel Glück Aber mit ganz viel Glück Hat er eventuell bei Ankunft In Fort Observer gespeichert Das wäre halt Das wäre super lieb Bitte spiel Tu mir den Gefallen Komm schon Yes Liebe Liebe Und sogar nach dem Kämpfen Liebe Oh, Gott sei Dank Hallo Fio Ja Brabbel Ja Brabbel Ja Computer Brabbel 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 Oh Nach oben Und er sagt was Ja Das werden wir ja dann gleich sehen Fio Psst Fio Psst Psst Wo ist jetzt mein Rucksack hin? Ach, den darf ich behalten Oder was? Okay So Zack Wait Die Kisten noch geschaut Da war vorhin auch nichts drin In den Kisten war vorhin auch nichts drin Die waren leer Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig Ich weiß Ich weiß halt nicht warum es gehangen hat Also warum genau Um die Hand weg Ah, okay Verdammt Das alles hier kommt mir Wieso nicht Wieso nicht Oh Ach, guck, ich kann dir ein Nickerchen machen Cheese. Gute Zeit. Cheese hätte ich auch mal wieder Bock. Gab ein Gesicht, das mich besonders häufig anlächelte. Hab ich die Person später getroffen? Und ich weiß es nicht. Das ist so verschleiert. Eis für Streaming. Gute Nacht, James. Schlaf gut. Wait, ist er nicht auch mit... Ja, ja, ganz genau. Er ist mit so einem Flugzeug abgestürzt, Joker. Da haben wir ja auch den Ausweis her, dass wir überhaupt hier rein können. Das ist also das kleine Metallding, das all unsere Probleme verursacht. Ein Satellit, der uns stumpf, fügsam und gewalttätig macht. Okay. Area 1. Er verfolgt mich. Der scheiß Monitor verfolgt mich. Kann er das mal bitte lassen? Mir scheißegal. Jedes einzelne Mal. Das kann er wissen. 6KI. Probiere das bei jedem Monitor. Oh, benutzen. Oh, das machen wir was Neues. Benutzen ist neu. Wait. Geht aber nicht. Nichts passiert. Wird, dann nicht. Das hier. Inspizieren. Ach, Altpapier. Alles klar. Na was, nu? Altpapier. Geht's da hin? Area 2. Oh, warte mal. Nee, nein. Zurück. Warte mal. Ich will nochmal zurück. Was auch immer das hier ist. Ich will nochmal zurück. Okay. Okay. Arena near. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank für den Resub. Dankeschön für 16 Monate. Danke für den anhaltenden Support. Du darfst dir Poster, Bilder und Plakate in deiner Gummizelle aufhängen. Eine Wand bleibt aber bitte frei für ein riesiges Flauschraubengemeldet. Dankeschön. Area 51 ist... Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil eigentlich wurde gesagt, es ist nicht wie Area 51. Hat ja Joe extra... Ihhh, was ist denn das hier? Alter. Hallo? Gehirnscans und Röntgenaufnahmen von den Hunden, an denen getestet wurde. Arme Tiere. Instrumente. Diese Testkammer. Alles kommt mir bekannt vor. Warum? Oh nein, ich glaube, ich weiß es. Eine Szene aus einem anderen Leben. Tiere. Hunde, glaube ich. In der Testkammer. Mit Wellen bombardiert. Hunde, die andere Hunde anfallen, als wären sie tollwütig geworden, reißen die anderen Hunde auseinander. Später sitzen die Hunde neben den Getöteten, immer noch blutig. Dieses Mal aber gehorsam und mit leeren Augen. Warum erinnere ich mich daran? Weil du da warst. Was steht hier? Fre... Fre... Freedom. Freedom steht hier. Na, hier, hier steht Freedom. Keine. Tja. Okay. Area 2. Das ist vielleicht klar, aber es ist nachher zumindest so ähnlich. Nehmen. Das ist die KI, ne? Wir haben jetzt die KI eingesammelt. Den KI-Kern. Ja. Wir haben die KI mitgenommen jetzt. Sehr gut. Also, glaube ich. Öffnen. Nichts drin. Das ist alles hier. Ölcontainer. Herstellen. Ah. Ja, aber wieso sollte ich jetzt hier was herstellen? Vielleicht um Sachen zu... Möchte ich den zerlegen? Den da jetzt nicht zerlegen. Oder? Trickste die KI aus, damit sie dich mit dem Kontrollmodul gehen lässt. Hä? Wie austricksen? Austricksen. Ich mein, der... Ich hab das Ding in meiner Tasche. Was heißt denn hier austricksen? Wait. What? Muss von hier fliehen. Ich muss von hier fliehen. Jetzt bin ich hier. Was ist das? Hä? I don't get it. Ich denke, zerlegen. Wieder einbauen. Hä? 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 Nehmen. Hören wir noch einen Rucksack? Nice. Öffnen. Einfach eine Kiste, oder was? Vor allem das geiler eigentlich ist, ich kann jetzt hier auch irgendwie Sachen zerlegen und mitnehmen. Also ich hol mir 100 pro die ganzen Monitore, nur damit es klar ist. Den können wir auch zerlegen, weil ich hab einen Rucksack. Jetzt packe ich alles ein. Und zerlege das. Komplett. Ach, vielleicht komm ich hier nicht wieder raus, wenn die Kain nicht drin ist, oder was? Das kann natürlich sein. Dass mich das Spiel hier gar nicht rauslässt. Schön viel Loot hier gerade. Schlafen kannst du ja auch. Ist schön gemacht. Rucksack. Ein Monitor. Schwer. Ah, jetzt müssen wir das mal auseinandernehmen. Äh, nexto, danke für den Follower. Die Frage ist nur... Achso, ich kann mich ja in der Nacht jetzt hier hinlegen und pennen. Ja, easy. Ist ziemlich unproblematisch jetzt. Dein Bunker unter deinem Haus. Willkommen im Neuenheim. Ja, Mann. Aber hallo. Ein Atomfass vor allem. Alles mit. Ich nehm hier alles mit. Den nehmen wir jetzt auch auseinander. Wir nehmen den KI-Kern jetzt auseinander. Zack. Damit hab ich, äh, das Raketenkontrollmodul, was ich brauche. Ja, kritisch für deinen Fluchtplan. Und, äh, das KI-Gehäuse. Äh, und mit dem... Ja, vermutlich kann ich mit dem Gehäuse, wenn ich das da reinstopfe, reicht das, damit ich hier wieder rauskomme. Geh ich mal stark von aus. Cool. Ganz kurz schlafen. Ja, ja. Gleich. Schaff ich denn noch? Ja, schaff ich noch. So, was essen? So, dann legen wir uns mal schlafen hier. Weil wir können ja hier schlafen. So, why not? Scheiße, guck dir das mal an. Hauptsache. Wer hier ist einsammeln? Lol. Da legen wir alles noch. Wo wir hier gehen. Genauso wie die ganzen Monitore. Nehme ich alles mit. Lass dir nichts, nichts liegen. Nichts. Scheiße. Wir werden nicht da sein, wenn der Agent kommt. Ja, ist nicht so schlimm. Kommt ja nur ein böser Brief, oder? Eigentlich ja. Eigentlich dürfte nicht mehr kommen als ein böser Brief. Oh lol, ich kann das Gewehr nicht auseinandernehmen. Ach, wie scheiße ist das denn? Das ist natürlich blöd. Ich dachte, ich könne das Gewehr wenigstens auseinandernehmen. So viel dazu. Besucht er trotzdem das Haus? Nein. Wenn nicht alle Haie rausschmuggeln. Ähm, ne, ich kann die nicht alle tragen. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ich kann das ja nicht alles tragen. So, das heißt, ich muss jetzt hier in das Ding wieder diese leere Hülle reinflanschen. Zack. Bisschen betrunken, ne? Er funktioniert nicht ohne Innenteile. Ich muss irgendeine Art Ersatz ausdenken. Gefälltsstöcker-I-Kern. Hö, hö, hö. Alles klar. Okay, da brauche ich aber noch ein bisschen Plastik. Äh. Und elektronische Bauteile. Ja, aber wo kriege ich denn die jetzt her? Ich darf ja draußen nicht mehr mitnehmen. Ich darf ja nur das hier drin... Ne, das ist aber jetzt Shit. Hä? Oh, warte, da ist noch ein Monitor. Reicht das dann? Ich hoffe doch. Muss eigentlich. Alles, was in dem Raum hier ist, muss reichen. Gefälltsstöcker-I-Kern. Ja. Hallo, ich bin Herr Lübse. Die Fort Observer Sicherheits-KI. Was Sie gerade getan haben, ist inakzeptabel. Gut, Sie können durch. Na los. Ich bin absolut nicht wütend. Ähm. Angst. Wie er halt wieder Altpapier rumlegt. Hier ist nichts. Nein. Wir müssen hier dringend weg. Oh, oh. Bleib ruhig. Werte ändern sich während einer Unterhaltung nicht. Was? Was geht denn jetzt ab? Äh. Oh. Vielen Dank. Jetzt werde ich Sie als Sicherheitsbedrohung eliminieren. Es ist Zeit, Fort Observer an erster Stelle zu stehen. Oh, scheiße. Ich hätte mich nicht bewegen dürfen, ne? Hä? Hä? Was zur Hölle ist passiert? Ich versteh's nicht. Ach, ich soll ihn antatschen, oder was? Ich soll ihn anfassen. Okay. Wir fassen ihn an. Ich fass dich an. Ich... Ich glaube, er geht kaputt. Sicherheit, du dumm Kopf! Au! 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 Wir fassen ihn wieder an. Scheiße. Au! 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 Alter! Willst du mich verarschen? Au! 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 Was zur Hölle ist Happening hier? Scheiße. Junge, ob du klarkommst? Alter, immer noch nicht? Das ist doch nicht dein Ernst. Hallo, ich bin von der Regierung. Was soll ich tun? Ich bin gerade ein bisschen... Es ist... Wow. Was zur Hölle mache ich denn? Au, au, au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Boah, ist das gerade Hölle einfach. Why? Was ist denn das jetzt? Achso, da ist der nächste Monitor kaputt. Oh, jetzt gehen... Jetzt gehen die hinter deine Monitore kaputt. Oder was? Hör auf mich zu bewerfen. Ach, der bewirft mich mit denen. Die explodieren. Die machen Schaden. Au, au, au. Fuck. Ah, Leute. Das ist einfach furchtbar gerade. Au. Jetzt. Komm schon. Au. Au. Boah. Wieder nicht. Da war ich zu langsam. Ich hätte den hier noch erwischen müssen. Habe ich aber nicht. Boah. 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 City-crisen. Na? Wo kommst du? Da kommst du. Hier bist du? Au. Habe ich ihn endlich? Oh, ich glaube, jetzt ist er vorbei, oder? Boah. Ja. Uff. Vorsichtig, dieses GG. Kann leider nicht nach oben, weil die KI kaputt ist. Das heißt... Der Monitor ist halt auch super schwer. Ja. Da lasse ich aber... Also ganz ehrlich, da mache ich hier lieber noch so Gewehre kaputt, weil... Oh je, aber... Äh? Und dafür nehme ich noch Monitore mit. Weil elektrische Bauteile. Die wir echt brauchen. So, ne, der wiegt eigentlich 26, sondern die wiegen insgesamt 26, glaube ich. Da kriege ich noch einen unter? Ne, schade. Das Altpapier noch weg. Das Altpapier noch weghaue. Den ich platziere und dann haue ich es halt weg. Ne. Oh, da... Wie gehen die denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Ich habe sechs Stück. Hä? Dann hin mit 26? Was würde denn das gehen? Vor der Tür noch Sachen abgelegt. Ach, scheiße. Stimmt. Das ist halt echt doof, ne? Dass ich hier nicht hoch darf. Ja, aber die kann man ja dann vielleicht holen noch. Vielleicht darf man hier nochmal hinfahren. Ne, das geht gerade zu. Hintereinander weg hinter mir. Das geht gerade einfach zu. Das ist natürlich Mist. Ripplut. Ja. Heiges Mo. Einen wunderschönen guten Abend übrigens. Krass. Äh. Ach Gott, ich dachte, das geht nicht auf. Okay, wir kommen an unsere Sachen. Das Problem, was wir natürlich jetzt haben, Ja. Aber... Untertitelung. BR 2018 So, ne? Tut das Auto noch voll tanken? Muss ich nicht. Also, das mit dem tanken, das funktioniert immer nur für vorwärtsfahren. Servus, Ratten-Tod. Wunderschönen guten Tag. Danke für den Follow. Puh. Wir sind wieder da, Chat. Fast alles dabei. Stimmt, Sachen anlegen. Ich hätte die Sachen anlegen können. Oh, bitter. Ja, darin habe ich nicht gedacht. Mein Fehler. Oh, wie bitter. Das hätte halt noch was ausgem... Ja, da hätte ich noch was... Ja, wobei... Ne, so ein Gewehr wiegt 10. Hätte ich auch nicht mehr weggekriegt. Na ja. Was soll's. Puh. Home sweet home. Er war nicht da. Ne? Beim nächsten Mal kommt morgen wieder. Morgen 13.29 Uhr. dass deine Briefe weiter reisen, als du jemals wirst. Noch eine Pille. Hat der Minuteman gerade noch eine Pille geschickt? Was schreibt er denn? Ich muss dir leider mitteilen, dass unsere kleine Sabotage zwar hervorragend geklappt hat, Agent Fitzpatrick wird nie wieder Bürger stören, mich jetzt aber in einer schlimmeren Situation befinde. Wir sind den Agenten zwar losgeworden, aber die Agentur hat meine Intention trotzdem bemerkt. Ich musste meinen Job, mein Haus und die meisten meiner Sachen zurücklassen und mich verstecken. Ich bin auf solche Situationen nicht so gut vorbereitet wie du, also brauche ich deine Hilfe. Könntest du mir etwas zu essen schicken? Am besten etwas Haltbares in Dosen. Musst dich auch über etwas informieren, was nicht in der Wahrheit stand. Die internationale Situation ist zurzeit sehr angespannt. Es sieht so aus, als ob die ausländischen Mächte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der ehrenden Schlange und ihren wahren Zweck haben. Es ist schwer zu sagen, was passieren wird. Bitte pass auf dich auf und vergiss mich nicht, Mr. Prepper. Okay, er braucht haltbares Essen. Wie kann ich ihm denn das schicken, ist die Frage. Äh, okay. Ja, gut. Dann schicken wir ihm alles mögliche, was wir so da haben. Wir schauen uns mal kurz die Zeitung an. Was steht da drin? Briefträger wird bald wieder vermisst. Gutes Schlaf. Blablabla. Wer hat Angst vor dem gesunden? Naja, das ist nichts Neues. So. Gut. Erstmal. Wait. Wieso? Wie sehen sie aus, als würden sie noch laufen, aber sie sind aus. Ist ja netter als die Post. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, einmal darf man den ungestraft durchaus verpassen, glaube ich. Ne? Ah, warte mal. Ganz kurz das Fleisch in die Gefriertruhe. Bevor das schlecht wird. Wieso wird hier überhaupt die Blaubeeren werden schlecht? Warum werden die schlecht? Dürften sie gar nicht. Ah, weil ich nicht da war. Weil ich nicht da war. Weil ich nicht da war. Natürlich, ich Idiot. Ja, ist ja obvious, Raupe. Entschuldigung. Natürlich. 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 Ich bin da. So. So. Wir haben alles für die dritte Phase zusammen. Dass er auch mal ein Auge zudrückt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, das da. Metall. Und... Oh, ich habe den Wasserstoff unten vergessen. Der ist hier in irgendeiner der Kisten. Äh, Planet Crusher fragt übrigens, ob hier irgendjemand aus dem Chat, äh, Outriders Spieler ist. So, jetzt das da. Das da, das da. Bauen. Da, der Flo-Pros. Danke, Crusher. Ähm. Schafft. Phasen 3. Ähm. Gutes Timing. Äh, wie gut es halt einfach aussieht. Ich glaube, das nimmt er auch noch, oder? Ja. Ah, wir gucken mal. The Freeze. Ah, Raum-Upgrades. Alles klar. Geil. Handel. Scheiße, ich sollte schlafen. Ich gehe schlafen. Ich sollte schlafen. Ich sollte schlafen. Das Brust zu drehen. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ihr Vater, ich wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. So, wir schicken dem Minutemen alles, was er braucht. Ich frage es nur, braucht er so viel? Also, sollen wir ihn wirklich komplett mit all dem Scheiß versorgen? Vermutlich, ne? Mussten wir ja bisher immer. Schon krass. Okay, das war viel zu übertrieben. Ich glaube, ich hätte ihm nicht alles verkaufen müssen. Jetzt will er ein Gewehr. Hey, Prepper. Hast du kurz Zeit? Was macht denn der jetzt hier? Alter, was geht denn hier jetzt ab? Hey. Hey, guten Tag, Mr. Prepper. Ich hoffe, dein kleiner Ausflug ist gut gelaufen. Oh, Bob. Ich habe deinen Besuch nicht erwartet. Mein Ausflug war in der Tat interessant. Aber, Bob, warum siehst du so ernst aus? Ist irgendwas passiert? Ich bin ernst, weil ich eine ernste Frage im Namen der Schlaflosen für dich habe. Ich weiß, dass du nach deiner Rückkehr von der Militärbasis sehr nah an deinem Ziel bist. Wir wissen, dass du mit deiner Rakete fast fertig bist. Du beobachtest also meine Fortschritte. Darauf sollte ich wohl stolz sein? Keine Sorge, wir wollen nicht einsteigen. Aber wir wollen den Staat nutzen, um unsere Operation durchzuführen. Wir haben sie Operation Erwachen genannt. Natürlich habt ihr das. Wenn du deine Rakete startest, wird sie alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Agenten werden wie verrückt durch die Gegend rinnen. Die normalen Bürger von Murica will werden wahrscheinlich nur erstaunt zuschauen. Und hier werden wir einschreiten. Wir werden das Chaos nutzen, um Flugblätter zu verteilen, Graffitis anzubringen und einen Teil unserer Anti-Schlafmischung zu verschenken. Oh, ihr verschenkt sie inzwischen? Wir haben schon lange vermutet, dass die Bewusstseinskontrolle schwächer ist, wenn man starke Emotionen erlebt oder etwas Ungewöhnliches passiert. Deshalb glauben wir, dass wir einige Leute aus der Kontrolle befreien können, wenn wir die Operation Erwachen mit deinem Raketenstart synchronisieren. Wir, die Schlaflosen, werden uns dann um sie kümmern. Der Widerstand wird wachsen. Wir brauchen aber deine Hilfe. Okay. Wenn ihr wollt. Ich möchte einfach nur so weit weg, wie nur irgendwie möglich von ihr sein, wenn ihr anfangt, die Leute zu wecken. Wir bevorzugen den Widerstand, um zu entkommen, aber alles, was wir von dir brauchen, ist ein Zeichen, wenn du deine Rakete starten willst. Wenn du bereit bist, mach dieses rote Licht in deinem Schlafzimmer an. Warte dann auf unsere Ankunft, bevor du mit dem Start beginnst. Ich werde die Menschen mitbringen, die dir am meisten vertrauen. Rotes Licht. Verstanden. Ich muss nur noch ein paar offene Fragen klären, bevor ich gehe. Entschuldigung. Wir sehen uns dann am Tag der Operation. Oh. Hey. Oh. Hey. Mr. Freeze. Raumupgrade fürs Kraftwerk. Mit diesem Upgrade arbeiten deine Generatoren in diesem Raum effizienter. Ach, geil. Dieses Upgrade ist perfekt, um Lebensmittel zu lagern. Gefrierschrank. Ah. Signalschalter. Schaltet das Signal im ersten Stock an, um den Schlaflosen das letzte Signal zu geben. Danach gibt es keinen Weg mehr zurück. Tja. Einmal gleich mitnehmen. Oh ja. Ähm. Äh. Nehmen. 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 Das müsste ja eigentlich okay sein. Äh. Wann mal. Ne, wir brauchen noch Zeug. Guck mal hier. 50 Plastik, 20 Elektrobauteile, 10 Sekzieren, Raketen, Kontrollmodul. Also, mir fehlt schon noch ein bisschen Stuff. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben schon noch ein bisschen zu tun. Außerdem müssen wir ja auch noch in den Wald. Brr. Danke. If I were a rich man. Errungenschaft. Ja, man. Ja, man. Geht anders, ne? Sehr geehrter Mr. Prepper, vielen Dank für das Essen, das du mir geschickt hast. Du bist meine Inspiration, mein Schutzengel, Mr. Prepper. Hier könnte mein letzter Brief sein und ich habe nur noch eine letzte Bitte. Die Agentur wird mein Versteck finden und mich versuchen festzunehmen. Es muss auch zwei Dinge vorbereitet sein. Entweder um mir meinen Weg freizuschießen oder bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Da verbräuche ich genügend Feuerkraft. Normale Pistole wird nicht ausreichen. Bitte, Mr. Prepper, kannst du mir ein Sturmgewehr und 100 Schuss Munition schicken? Verspreche dir, dass wenn ich den Kampf überlebe, dir viele Fragen beantworten kann. Wenn nicht, bitte vergiss mich nicht, Mr. Prepper. Post ist doch wirklich schnell. Jaja, der ist hinterher. Der ist immer hinterher. Das können wir ihm natürlich schicken. Absolut problemlos, tatsächlich. Ich muss bloß gerade mal was essen. Und dummerweise habe ich ihm ja sehr viel meines Essens geschickt. Aber wir haben noch echt genug da. Gott sei Dank. Ich brauche Wasser. Deine Waffe verstecken. Doch, doch. Es ist doch erst um neun. Immer mit der Ruhe. Es ist erst um neun. Er kommt ja noch gar nicht. Dünn, 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 dünn. Danke. Gute Idee. Grundsätzlich. Neues T-Shirt bekommen, bilden Sie im Discord. Keine Panik, ich habe nur Heuschnupfen. Schön. Das ist gut. Was sagt der Stromkasten? Ja, ist ganz schön knapp. Kann ich eventuell noch was ausmachen? Die Raffinerie können wir gerade ausschalten. Muss gerade nicht laufen. Was haben wir umgedreht? So, das. Das, das. Können wir ihm eigentlich das Gewehr schicken? Eigentlich unproblematisch. Ich wurde noch nicht geimpft, deine Closher. Ich komme, wer weiß wann dran. Gar nicht drüber reden. Jetzt können wir ein kleines Nickerchen machen. Ausendauerhaft am Niesen ist und alle Böse schauen. Am Mittwoch? Sonnigen Sonntag immer mit der... Ach, die Gondel im Wald. Ja. The best Pen Pal. Pen Pal? Okay. Decken. So. Hier ist alles unauffällig, ne? Es ist alles in bester Ordnung. Es ist alles zugedeckt. Das da oben ist umgedreht. Okay. Brieffreund. Brieffreund. Natürlich. Ja. Wie viel Geld wir jetzt einfach haben, ne? Kaufen wir jetzt noch so diese... diese lustigen Unique-Geschichten. Also Unique sind die ja nicht, aber diese... Hier den Teppich. Jennys uralten Teppich. Und den Rehschädel. Und Jennys Wandteppich. Einfach, weil wir es uns leisten können. Just because we can. Er hat sowas nicht sowas... Also, ne? Nicht jeder hat sowas... Total tolles. Oh, Kochbuch 3. Nice. Cool. Cool. Er hat den Kurschuhl. So, außen es gibt es heute keine Inspektion. Vielleicht ist die Agentur zu beschäftigt. Bestimmt sind die mit... hier mit... mit Dings beschäftigt. Die sind halt mit Minutemen beschäftigt. Die sind halt mit Minutemen beschäftigt. Wohneintopf, Instant Tudeln, Fleisch, Pastete. Fimmiken, Spaghetti. Geil. Was geht denn hier in der Nachbarschaft ab? Wieso rumgebellt? Pakt oder was? Ja gut, dann halt heute nicht. Strange. Ähm. Das passt hier leider nicht. Nee. Da geht's auch nirgendwo hin. Na, sag mal... Wieso kann ich das hier unten nirgendwo hinhängen? Hier geht doch auch. Ja. 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 Nächsten Tag und dann doch nicht. Wieso kann ich den nicht hier hinhängen? Ah, den muss ich auf den Boden legen. Ach, den muss man... Ach so. Ja, dann hier auf dem Kühlschrank. Der ist nicht zum Hängen. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Okay. Das war's, ne? Achso, das hatte ich gelesen. Ich glaube, mehr haben wir nicht. Vorsicht, da kommt was. Hä? Wo? Wo kommt was? Musik ist voll schön, die ist super. Hi Freestyle, schönen guten Abend. Wo kommt was? Was Dickes reingerollt? I don't get it. So. Das hier. So, da. Dann Walker, Hallöchen. Den Plan holen, den Teppich oben an die Wand hängen. Könntest du auch den Plan holen? Achso, ja, könnte ich. Aber, mh. Nö. Ich glaube, das ist gut so. Das passt schon. Hi, Raidmin. Bibers. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Na. Vielen lieben Dank für den Raid. Hallo, ihr. Hey, Marzile. Hallo, Arzimgeil. Hallo, Isaros. Hallo, Kikos. Dankeschön. Herzlich willkommen hier bei Mr. Prepper. Wir sind schon voll weit. Oh, oh, oh. Hey. Habt ihr gesehen? Da ist wieder eins von den Flugzeugen lang gedingenst. Dankeschön. Hi, Kenji. Hi, Rehanura. Einen wunderschönen guten Abend. Zen Walker, danke für den Follow. Ach, krass. Was ist das denn? Ne, ist einfach die Sonne, die untergeht gerade, oder? Ja. Ich hab das hier noch nie so beobachtet. Ich bin grad nur so fixiert, weil jetzt vermutlich irgendwelche krassen Dinge passieren. So, was brauchen wir denn? 50 Plastik, 20 elektronische Bauteile, 10 Textilien. Was? Was ist denn mit Textilien gemeint? Hast du Upgrades bekommen? Ja, für die Räume. Aber die reichen definitiv nicht aus. Also, das sind halt zu wenige. Auf jeden Fall. Das ist zu wenig. Ähm. Guck mal, lass mal gerade so hier machen. Ah. Weil die Räume sind zu groß. Also, die müsste ich noch bauen. Isaras, vielen lieben Dank für den Reset. Danke für 44 Monate. Hier, das mein ich. Ähm. Danke dir für den anhaltenden Support. Jetzt muss ich überlegen. Du kriegst, glaube ich, die Kaffeebohnen vielleicht. Ja, ziemlich sicher. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Letzten Appel 2016. Uff, Jubiläum verpasst. Bedümmt. Bedümmt. Gute Nacht, Liebers. Schlaf gut. Dankeschön. Ein bisschen zu groß ist. Ach, Quatsch. Der passt perfekt. Das täuscht. Das täuscht. So, Kraftwerk. Was bräuchte ich denn? Ich könnte davon zwei bauen. Dann, ja, aber dann... Nee, das geht schon. Hallo? Äh. Wo bin ich? Das war ja ganz weird jetzt. Das Ding ist halt... Ja, doch, ich baue das jetzt noch. Ganz ehrlich, ich möchte... Ich möchte jetzt nicht rennen. Nur weil wir kurz vor Ende sind. Also gefühlt zumindest kurz vor Ende sind. Ähm. Ich will unbedingt noch den Wald beenden. Auf jeden Fall. Und das wird mir dann, glaube ich, heute einfach zu spät. Ehrlich gesagt. Andi, danke fürs Zwangsverflauschen der Bibel, die damit im 35. Monat im Kokon sind. Und... Und... Hm. Wieso fällt mir denn jetzt die 35 nicht ein? Nee, fällt mir nicht ein. 34 fällt mir ein. 36 fällt mir auch ein. Oh, die Brötchen. Natürlich, die Brötchen vom Kokonbäcker. Es ist schlimm. Ich werde halt alt, ne? So. Das hier wäre ja der Gefrierschrank. Da brauche ich aber auch noch viel mehr. Das reicht halt einfach nicht. Oder wir buddeln halt einen kleinen Extra-Raum. Wir könnten das da machen, wo die Schmelze ist. Warte mal. Halt. Nimm das doch gleich mit. Dann reicht vermutlich einer. Alles nehmen. Scheiße. Wie schwer. Okay. Jetzt geh doch da rüber, bitte. Ich wollte es anmachen. Nehmen. Junge, mach mich nicht unglücklich. Okay. Okay. So. Hier passt das nämlich. Das habe ich mir gedacht. Zack, haben wir einen Kühlschrank. Powerbaut sehr nice. Spupp. Äh. Öffnen. Falt. Nur Licht wäre hier halt ganz schön noch. Bummi. Alles. Licht fehlt halt. Aber sonst. Ziemlich geil. Gute Nacht, Fio. Also wir werden das heute nicht mehr zu Ende spielen. Mach ich nicht. Wir legen uns jetzt schlafen. So. Und dann mach ich Feierabend. Wir. Ganz ehrlich. Ne. Wie ich sagte. Ich möchte das gern in Ruhe zu Ende spielen. Und jetzt nicht hetzen. Und ich muss halt morgen relativ früh raus. Und deswegen will ich jetzt auch nicht bis 2 Uhr nachts oder so. Das wird dann einfach zu extrem. Für mich. Jetzt hat er gespeichert. So. Dann. Würde ich sagen. Zurück zum Hauptmenü. Und ich gucke. Wo ich euch für den restlichen Abend noch hinschicken kann. Ob ich noch jemanden finde. Wo es passt. Nix überstürzen. Genau. Das möchte ich nämlich nicht. Ne. Das würde sich jetzt. Das wäre echt doof. Dafür habe ich echt zu viel Spaß mit dem Spiel auch einfach. Würde ihm jetzt nicht gerecht wären. Wenn ich das jetzt irgendwie zum Schluss durchrasche. Ich schicke euch. Ich schicke euch. Ähm. Oh ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich schicke euch zum Shakes. Zum. Der Shakes. Äh. Der Spiel Satisfactory. Das kann ich mir gut vorstellen. Da schicke ich euch. Für den restlichen Abend hin. Grüß bitte ganz lieb. Sag da hallo. So wie sich das gehört. Schön. Äh. Rein. Hallon. Äh. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche eine gute Nacht. Denk dran. Morgen sehen wir uns erst abends. Ähm. Ne. Und ja. Vielen, vielen lieben Dank. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.